hey datenschutz wir verkaufen deine taten unser versprechen deine daten werden garantiert verkauft was sind personenbezogene daten alles was du jemals irgendwo irgendwie auf deinem computer gemacht hast warum wir das machen ja damit wir geld bekommen wann werden die daten von uns erfasst wenn du das spiel installiert hast haben wir bereits schon deine daten erfasst welche daten erfasst alles werden ihre daten von uns genutzt natürlich nicht die werden nur verkauft an wen geben wir ihre daten an alle die daran interesse haben ja ja die zu leasen bringt dann wirklich gar nichts so sieht falsch aus wenden wir an so das ist natürlich jetzt der neue starten hey betze meine cola dosen lieferung kam heute vanille cola gibt es richtig hart aber dieser bescheidene verkäufer der verpackt die dosen nicht richtig und ja wenn dann einmal der karton vom lieferdienst eine ecke kriegt wird der ganze karton überflutet mit cola und ich krieg richtig ärger später da darf ich mir später was anderen okay heute doch kennt wahrscheinlich nicht keine ahnung mal gucken ich weiß es nicht aber mal spontan gucken da werden wir spontan gucken läuft nicht weg würde ich jetzt überhaupt nein läuft nicht weg machen wir mal spontan marmorschlucht boreal genießt boreal nebelküste wasser naturstoffe kein benutzer definiertes thema es wird noch eine mail mit dem internet die von uns die von uns von ihnen gesammelten daten stimmen leider nicht mit denen die wir von microsoft gekauft haben überall bitte korrigieren sie den datensatz ja ich meine ich habe echt verdammt viel tolle wo bekommen letzten tagen und die letzten woche das passt schon denke ich also ich habe genug content produziert ich habe auch schon gesehen dass wir haben verdammt viele aufrufe auf die videos ich denke wir haben gut wir haben gut produziert ich denke wir haben gut produzieren gut war ja jetzt eine standard stadt erstellen naja standard stadt ist schwierig ich sag mal wir müssen dann anfangen wieder eine stadt zu bauen ich überlege halt wir werden auf jeden fall weiter spielen das habe ich versprochen das machen wir auch also ich habe heute überlegt so zu spielen um neun aber ich bin super müde deswegen über zieht es gar eins ist ja logisch ne lieber spannenderes spiel spielen was sie ist gar nicht so spannend wie ich dachte jetzt habe ich den kreisel falsch gesetzt und wer ist schuld ich würde schon sagen merkel ist schuld aber das stimmt ja nicht so ok ok hat mir auch sehr viel spaß gemacht dir dabei zuzusehen ja ja muss sagen die gelben tober und ist ein bisschen lang grad das kriegen wir aber denke ich hin so ok ok gut 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 ja wir werden hat standard produzieren war standard protection einer mittelständischen stadt ich würde sagen wir lassen weitere straße und was wir können eine vier spurtige straße hier rein es war leider keine stadt sondern eigentlich nicht jetzt keine stadt sondern hast du ein wenig nein das ist ja nicht allen doch anpassen winkel ja das tut ok ich darf wieder nicht zu groß planen da muss man mal aufpassen 5000 cash ausgibt für eine straße sollte das reichen ok der stein ist irgendwie störend können wir löschen wenn wir das wollen das wird aber wahrscheinlich den werden wir einfach einbauen in unsere stadt hinein das ist unser naturschutz naturschutzgebiet das würde später gar nicht auffallen dass er da ist so das ist der schönste kreise den ich jemals gesetzt habe schaut ihn euch an das ist doch ein ei Junge 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 so dann verbinden wir das ganze mal so ja äh neues DLC Campus ich meine man kann sich alles in DLC machen jetzt gibt es in City Skylands endlich die Möglichkeit eine Riesenschule zu bauen geil ich stelle mir das richtig episch vor ne natürlich natürlich schauen wir uns dieses epische DLC an ich meine ne das kann ja alles ist bestimmt alles besser als Total War ne das wäre ja wäre ja gelacht ne ne Schule bauen oder Total War spielen ich würde sagen die Antwort kennen wir alle ne ganz klar Schule bauen ist ja logisch wenn du denkst du hättest die richtige Antwort in dem du sagst ja ja jetzt soll er das jetzt nicht so ne eigentlich nicht eigentlich ist Total War besser dann löscht dich ne löscht dich einfach du hast da gar keine Ahnung Schule bauen ist doch das schönste das es gibt ne Schule bauen ist doch das schönste was man tun kann wenn ich ein DLC für City Skylands machen würde ey Schule wäre auch an oberster Stelle gewesen nicht so ein Sci-Fi DLC oder so von äh City Skylands SimCity ne so ein Sci-Fi DLC ist ja auch wirklich langweilig ne mit geilen Fusionsreaktoren und Megagebäuden und so das wäre ja das wäre ja das wäre langweilig ne wir wir bauen jetzt ne Schule ne echt das ist das ist ja das einzig wahre jetzt hier ne das ist das was wir schon immer wollten was ihr findet das auch kacke ihr findet das auch kacke ja ich weiß auch nicht warum ich kann euch das nicht beantworten warum wir jetzt Schulen bekommen haben wusste nicht dass in City Skylands das Schulthema so brennt so ok ich denke ich habe jetzt genug Straßen gemacht ok äh so wir brauchen Buden äh ich würde sagen hier kommen dann die Geschäfte hin in im Dorf ist es halt egal da muss das halt nur irgendwo sein soo schulen als ich das gelesen habe dass das das nächste große Addon sein soll hm äh 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 ja sch-sch-sch-sch-sch-sch-schulen also Industrie war doch geil ne Industrie hat voll Sinn gemacht dass sie das überarbeitet haben und so finde ich cool auch wenn ich nicht verstehe wo die ganzen ähm wo die wo die ganzen äh Dinge herkommen äh Dingsenbumsen äh die ganzen Lieferwegen, ne aber sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-schul ieß sooo okay machen wir hier noch ein paar dinge hin so dann brauchen ein bisschen industrie ich würde sagen dass wir hierhin das ist die dass wir die umweltverschmutzung erst mal dahin ballern das ist halt erst mal egal wo das ist später reißbar das sowieso ab dann kommt auch um landwirtschaft insoweit wieder spezialisieren können so dann brauchen wir abwasser die frage ist investieren wir direkt schon im öko abwasser 60.000 120.000 verbraucht doppelt so viel strom verdammt dass diese diese auswahl treffen also das ist ja easy was ich jetzt war strom wird geliefert so dann wird einmal strom geliefert über die autobahn so und dann brauche ich noch ein paar zack 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 wir machen ein paar wasserleitungen wir müssen aber diese noch verbinden so wir lassen es schon mal laufen dass die ersten dudes einziehen können jetzt nach wasserleitungen wasserleitungen direkt schon kein geld mehr so okay ich habe noch 3k das muss reichen bildung ist nicht gut für die menschen sondern wir kommen seine eigene eigene meinungen wir werden hier gar nicht akzeptiert hier herrscht eine monarchie und die monarchie sagt valide cola beste cola wer das anders findet wird hingerichtet der wird gelöscht ok der müll muss auch noch irgendwo hin dann gleich naja wir können uns ja kredite nehmen so schlimm ist es also nicht so ernsthaft die strom reinkt nicht da rein ich kann auch nichts besteuern ja genau ich könnte auch einfach hier noch einen laden hinstellen und die gebäude jeweils ja die industrie hat cash aber okay der laden steht okay wir müssen das jetzt so smart machen und zwar wir killen das blaue hier oder müssen die ihr laden hier seitlich aufschlagen so jetzt kann ich dass sie da hier rechts die energie reicht schon nicht mehr okay dann erhöhen wir das budget wieder auf 100 prozent okay es reicht gerade so irgendwie hätte ich zwei ventilatoren bauen soll mit dem cash okay dann werden wir einfach das budget erst mal erhöhen damit laufen die ventilatoren ein bisschen bisschen kräftiger und dann kommen aus der miese raus und dann müssen neue ventilatoren bauen okay es ist super früh meine freunde es ist super früh 12 uhr meine güte heute ist donnerstag glaube ich oder oder mittwoch donnerstag ist heute meine güte die zeit rennt schon wieder weg ich habe die ganze nacht animes geguckt richtig bitter vielleicht bekommst du ja die feinste für darlehen genau und ich krieg dafür auch cash 502 mache es nicht mit ja auch schräfte mosche das ist ja schön soo 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 Genau, wir machen das jetzt erst mal so, ähm, okay, dann brauchen wir einen weiteren Ventilator. Ja, und dann warten wir die Red noch eins, so, und dann senken wir natürlich die Kosten, die BG ist dafür, zack, zack, so, ähm, ich habe, äh, Müll freigeschaltet und Bildung, sowas wie eine Schule oder so, Campusgelände, Berufsschule, Geisteswissenschaften, Universität, Sport, Museen, aha, ein, ein Museum, okay, leider habe ich kein Geld für irgendwelche Plätze. So, Geld haben wir ja, dann würde ich sagen, das ist nur störend, so, das passt da, und das passt auch, genau, dann killen wir noch das da, so, und dann killen wir diese Verbindung, Strom kriegen wir da ja trotzdem, nein. So, perfekt, das sieht gut aus, so, ja, so schnell steht eine kleine Stadt wahr, das geht einfach nur recht fix, äh, gibt ja auch nicht große Verkehrsprobleme oder so, mein Doktor dreht einfach mal ein bisschen was zusammen, wichtig ist, muss nicht schön aussehen, es ist ein fucking Dorf, ne, so sehe ich das Ganze, kann natürlich ein Dorf auch schön plantechnisch bauen, äh, dann hat man vielleicht später ein paar weniger Verkehrsprobleme, ist aber scheißegal, Dörf haben sowieso kaum bis, ne, kaum bis überhaupt irgendwas Probleme, was Verkehr angeht. Hey, Arminik! Was, ihr seid unzufrieden über eine Straße? Wie kann man da unzufrieden sein? Das verstehe ich nicht. Die Straße ist doch auch für euch gut, äh, ich meine, eine Straße der Nachbarschaft bedeutet jetzt nicht nur Lärm, sondern auch, äh, Freiheit und, äh, 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 habe ich schon Freiheit erwähnt? Man kann überall hinfahren, ich meine, man kann die Natur bestaunen, ja gut, Natur bestaunen, ja, äh, Freiheit, wir bleiben bei Freiheit, ne, äh, Freiheit, denn Freiheit ist uns wichtig, ne, also das ist, äh, ja, äh, ähm, ähm, äh, ja, ja, äh, äh, diese Straße ist wichtig für die Wirtschaft unserer Nationen, äh, ähm, es geht hier nicht darum, einfach nur alles zuzubauen, ne, unsere Retter, sondern das ist schon, das hat schon Sinn, das ist, äh, das ist schon sinnlich, ne? Schau jetzt nicht so komisch! So! Hast du dir gestern noch ein Schösses angetan? Ich war leider zu müde. Ja, habe ich, aber leider ist erraten, wer um 10 A2 aufgehört hat, zu versuchen reinzukommen und hat einfach gesagt, fick dich! Ja, der Dude sitzt hier. Aber ich hab's, ich hab's dann einfach irgendwann gelassen. Ich war mir zu doof und, ja, es hat nicht funktioniert, war? Äh, äh, ich hab's probiert, aber gut. Also Ampeln sind da komplett useless in dem Spiel. Die slowen nicht nur den Verkehr, sondern es ist einfach Quatsch. Also ich hätte gerne noch in Classic reingeschaut, aber ganz ehrlich, ich hab, ich hab einen sehr traurigen Tweet rausgelassen, was, äh, dass das, äh, ja, super funktioniert hat, dieser Stresstest, und ich nicht mehr reinkam. Ich meine, ich bin's einst, äh, fairer Streamer, ne? Also, krasser Streamer. Äh, ich wollt' nicht, fett, nicht in den, ihr wisst, was ich mein, ne? Und dann komm' ich nicht rein? Ich meine, what the fuck? Bin ich nicht der wichtigste Streamer auf diesem fucking Plan? Na, ne, bin ich nicht. Ich bin ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Okay, verdammt. Äh, 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 ja, ich, ich kann nicht ran. Der, aber der läuft noch. Äh, hat er kurz reingeguckt. Ja, was soll's. Die ersten fünf Level können sie sich auch schön getrost in den Popo. Ähm, 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 ja, ich hätte gern reingeschaut, aber, ja, äh, wir hatten da eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich, ich wollte rein und, 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 äh, und wie, 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 die Server haben gesagt, äh, lieber nicht. Aber wenn wir den reinlassen, boah, da müssten wir jeden reinlassen. Bist du wahnsinnig. Lieber, lieber nicht. So, genau, wir haben ein bisschen, geben ein bisschen Gas. Äh, wir müssen eigentlich nur, ähm, ein paar Dudes noch einziehen lassen. Genau, jetzt kommen die ersten mit Wassermangel. Das sieht an den neuen Straßen liegt. Natürlich hatte ich vergessen, sanitäre Einrichtungen zu verlegen. So. Wir brauchen die Müllabfuhr, aber ich würde direkt einen Recyclinghof machen. Hey, die Kapazität bringt uns das echt gar nichts, ne? Äh, ähm. Gelöckung! Du kannst die Umwelt verpesten! In einem Recyclinghof! Geil! Gratulation, Junge! Na, dieser Radius ist schon pervers, ey. Ja, gut. Egal, was soll's. Ähm, okay. Gesundheit. Feuergefahr. Ja, es gibt so ein paar Gefahren und ich hab kein Geld, um die abzudecken. Hoffen mal, dass es nicht allzu aufbrennt. Genau, das ist ein bisschen, ein bisschen ström. Wär schon nicht schlecht. Zack. Ab dieser Wassermangel? Ne. Bitteschön. Die möchten ja auch was trinken. Ne. So. Bildung. Diesel feinstaut, damit die Lunge auch was zum Arbeiten hat. Ja, das wär ja langweilig, wenn das alles einfach so funktionieren würde. Hast du schon recht. Hattest du... Ne. Der Dude ist mir ein bisschen... Er ist mir ein bisschen suspekt. Ich weiß auch nicht. Äh, ich... Ich weiß nicht. Er wirkt korrekt, aber macht naive Dinge. Mit seiner Reichweite. Keine Ahnung. Wieso? Und im DLC, dass man Gebäude erweitern kann. Mann, das ist in SimCity so geil. Ich liebe das. Gebäude erweitern. Irgendwelche Sachen draufbauen. Krankenwagen noch anbauen. Hier dann so. Dass man nicht so viel... Nicht so viel braucht. So, okay. Müll wird eingefahren. Geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Genau. Strom. Sollte passen. Ja. Strom passt nicht mehr so. Budget für Wasser müssten wir auch wieder erhöhen. Und geben wir direkt 100 Prozent. Ne? Äh... Ja. Problem ist... Wir bräuchten... Ein paar Ventilatoren. Wach! Grüner Strom! Vorbildlich. Werden wir auf Kohle verzichten. Und... Äh... Die Kraft des Windes uns zunutze machen. Hey, ich bin's ein guter Bürgermeister. Ey, der Lärm. Das hier ist nicht aussehen. Papalapap. Ich sag doch immer. Nutzen geht über Aussehen. Nein, nein. Nicht wirklich. Völlig gelogen. Äh... 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 Ja... Freizeit. Was ist denn das? E-Auto-Fabrik. Nanotechnologie-Zentrum. Was ist denn das? Ich hab'n Motor-Pack. Bietet Unterhaltung. Okay. Ich hab'n Motor-Pack drin. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich hab' ich irgendwas irgendwie irgendwo gekauft oder bekommen. Und ich hab' keine Ahnung, was genau. Achso. Hey, Detroit. Es gibt doch gar nicht so viele Server. Hi, Bayerius. Das Problem wird sein, alle in den selber... in denselben Server-Regionen zu kommen. Ja, es kam jetzt grad eine weltverbessernde und welterneuernde und eine absolut crazy... Ich sag's... Ich sag's... Ich sag's dir... Ne... Crazy Erweiterung raus. Ne... Schulen. Du dachtest, du hast alles schon gesehen. Nein. Jetzt. Nur jetzt und nur heute kannst du deine eigenen Riesen-Campus bauen. Geil, oder? Geil. Sag mir, dass du 10 von 10 Punkten geben würdest. Ich glaub' auch. Ich glaub' auch. Das ist richtig verrückt. Ne... Schulen. Dafür würde ich auch direkt 12 Euro ausgeben wollen. Oder wie viel dieses DLC... Ich weiß gar nicht, wie viel kostet das DLC. Ich äh... Ja, ich bin immer wieder ein dreckiger Streamer. Ne... Ich hab's dir immer wieder gegönnt. Ne... Ich hab's dir immer wieder über die Connections gegönnt. Äh... Wie viel kostet das DLC? Jetzt gibt's die... Minus... K... 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 Kampus... 13 Euro. Eieieiei... Für die Radios, dass sie da Geld verlangen, find ich cool. Ähm... Das werden die Leute mal wieder haten. Ich find's aber okay. Und im Gesamtpaket kann man sich das easy gönnen. Ne... Und zwar nicht und man kriegt Musik dafür. Ah, das ist nicht voll komplett okay. Da gibt's dann nämlich äh... Musik, ne. Ist doch nicht okay. Weiß... Terrible! Terrible Musique! Was das? GoldFM ist das äh... GoldFM ist doch die Musik, die man nicht streamen sollte. Schau dir mal die Train Simulator DLCs an. Diese 5000 DLCs, wo... Wo... Die leider... Super viel... Bezahlen mussten für die Dezenz, damit sie ihre Züge so nennen dürfen. Meinst du die DLCs? Gut, dass ich Simulatoren nicht so... Fresh... Find. Eiii, wer... Wer hat denn dieses Dorf konzipiert? Meine Fresse! Meine Freise! Meine Freise! Gib's den Dorf! Und so jemand regiert! Ei, 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 ei! Okay... Okay, Hopfel, malzulon! Meine Freise! Meine Freise! Wir sind verloren! Verdammt, gut! So... Okay... Let's turn tighter Schassen... Okay... Ich erwarte ehrlich gesagt von dem Campus... DLC echt gar nichts. Noch weniger von dem DLC kann man gar nicht erwarten. Also Campus DLC, ne? Ich... Ja... Schule, ne? Schule ist ätzend, öde und langweilig. Fakten... Bah... Lieber Fake News, ne? Was... Was trägt man die DLC heute? Was? Ah, diese Tasche muss ich haben! Wenn ich die nicht trage... Boah, dann werde ich ausgelagert. Ich bin in der Schule. Ne? Also... Das... Das beschäftigt mich, ne? Was trage ich heute zu... zu meiner Grufti-Kleidung? Ich bin dabei... Also... Grufti... Ihr bist durch mal... Um einen Vampire-Look, ne? Meine Alabasterhaut, muss ja geschmückt werden... Mit geilen Gaming T-Shirts... Habt ihr eine Ahnung... Das ist gar nicht so einfach, ein paar Gaming-T-Shirts aufzutreiben und für die Firmen Werbung zu machen. Sollte die mal anschreiben und sagen, dass sie mir die verdammte Scheiße zuschicken sollen, anstatt dass ich sie mir kaufe und kaufe. Ich mache immer eine Werbung für die. Das ist auch lustig. Wenn man sich Merch vom Spiel kauft, will man sich eigentlich nur die Gemeinschaft kaufen. Ja, also ich spiele dieses Spiel. Ich bin der geilste Stecher. Geil, oder? Ja, ich weiß. Ich weiß. In Wirklichkeit bist du ein bescheuerter Werbeträger. Hey, Doris. So, eine Fünferkreuzung ist bestimmt richtig gut für den Verkehr. Also vertraut mir da einfach. Wenn ihr denkt, okay, der Dude hat Städte, hat doch schon mal eine Stadt gebaut. Ja, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. Ich hatte niemals die Absicht, eine Mauer zu bauen, aber es ist einfach passiert. Ich wollte einfach nur Leute aussperren. Und dann schwupp, stand die Mauer. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Manchmal passiert das einfach. Manchmal denken wir uns so, okay, man will eigentlich nur das Beste. Man plant einfach eine Stadt. Und dann schwupp, die Wupp, steht da eine Mauer. Oh, ich meine, sowas passiert halt einfach nur, ne? Verdammt, ich habe vergessen, wo jetzt dieses Ding gestört wird. Verdammt, egal. Okay, äh, wir brauchen... Das Ziel ist viel zu einfach, ne? Oh, ich habe kein Geld mehr. Verdammte Scheiße. Egal. Oh, ich habe... Oh, das ist nicht gut. Ich habe kein Geld mehr. Das bedeutet auch keine Rohre. So, gute Nacht, Belzeb. Ich spiele nur Transport-Tycoon, das hat aber, der kann das bestätigen. Ja. Ich muss das ein bisschen anpassen. Wieso ist das eigentlich schon wieder alles super laut? Wieso ist alles auf 70%? Wollen wir das mal auf 80%? So. Ja, kann das so bestätigen. Nachdem auch SimCity tot ist... Ich glaube, dass das jetzt nicht passt. Ansonsten beschwerte ich nochmal. Ähm... Ich kann das so bestätigen, ne? Ich habe da auch jeden Cent gerne ausgegeben. Ähm... Ähm... Es gibt keinen anderen City-Builder, ne? Gibt es halt einfach nicht. Nachdem SimCity tot ist, EA da auch nichts mehr in diese Richtung machen wird. Warum auch? Dumme PC-Spieler, wahr? Geben nicht genug Geld. Ähm... Ähm... Sollen wir uns ne kleine, aber feine Finanzspritze holen? Wir bräuchten noch so ein paar Services. 6000 Cash ist ein bisschen heftig. Also wir lassen uns erstmal Rohre verlegen. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Um Strom kümmern wir uns dann, wenn es so weiter ist. So, um akkurate Verteilung des Netzes kümmern wir uns später. Äh... So läuft es auch mit Bad Shirts. Fünfer Kreuzung. Niemand kennt die Bad Shirts. Ich trage, aber wer hätte immer gefallen, wenn irgendwo mit meinem Archer Paul Kenny Lock... Genau, also es soll es gehen. Eigentlich müsste man dafür bezahlt werden. Aber heute übersteuere ich wieder so ein bisschen, hey? So, um mal ein bisschen leiser. Ah, es brennt! Feuerwehr! Verdammt, ich habe keine Feuerwehr. Äh... Also wir besteuern direkt die Gebiete auf 11%. Das mache ich immer. Das vertragen die und das ist immer cool. Können wir uns später noch weiter erhöhen. Ah, wir nehmen uns 20k. Das ist gemütlich. Haben wir nicht so hohe Schulden. So, das machen wir schön einfach mittig in die Stadt hinein. Genau, passt noch überall hin. Genau, für das Industriebezirk... Für den Industriebezirk muss ich sowieso links dann neue machen. Kann man keine Kreisel bauen? Wie meinst du, Kreisel bauen? Natürlich kann man das. Side Detroit! By the way, habe ich ja gesagt? Ja. Ja, hier, man kann kleine Kreisel bauen und große Kreisel bauen. Aber selbst Kreisel ziehen ist ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wenn es dann hier so hügelig wird. Du meinst hier in die Stadt statt die Fünferkreuze ein Kreisel? Äh... Ich denke nicht. Macht ja keinen Sinn in der Siedlung. Ja klar, kleinere wird schwierig mit der Straßengröße. Mit Feldwegen kannst du so ein kleines Ding ziehen. Anfänger. Kippo! Es gibt super viele Decals und Zäune und so. Wann wurden die denn reingeballert? Die kenne ich alle gar nicht. Ich würde gerne einen Kai bauen. Wo geht denn das? Wo geht denn das? Ohne Kai sieht es ein bisschen merkwürdig aus. So, und dann sinken wir das Land ein bisschen ab. So, dass das auch glaubhaft ist. So. Okay. Hast du dich? Ich hab das Spiel gestartet. Schickt TV vorbei. Werde ich mich 15 Tage nicht melde. Ich hab heute richtig crazy Zeugs geträumt. Ich hab geträumt, ich hätte irgendwie beim Metroid-Stream 100.000 Zuschauer. Und dann mach ich Werbung. Nicht Werbung, sondern dann mach ich so Essenspause und ich komm wieder. Dann sitzt du noch 2.000. Das hat mich sehr traurig gemacht. Ich bin halt doch einer dieser beschissenen Streamer. Ich schau nur auf die Zahlen. Für mich seid ihr immer Zahlen. Das muss man einfach so sagen. Und ich war sehr traurig darüber. Was für ein Scheiß hab ich geträumt. Und keine Ahnung, was sich da an meinen Hirn gedacht hat. Der hat gesagt so, YOLO. Ich geh mal auf gar. Aus der Rhein. Das ist das, was dich in Wirklichkeit beschäftigt, du mieses Schwein. Das ist das, was dich in Wirklichkeit beschäftigt. Das ist das nächste, wie nah ich sowas dranschieben kann. Wieso hab ich euch das erzählt? Mir ist langweilig, ich bin müde. Nicht, langweilig ist es mir nicht, sonst würde ich dieses Spiel nicht spielen. Langweilig ist es mir nicht, sondern... Ich bin einfach nur fucking müde. Ich hab nicht die ganze Anime geguckt. Nein! Das wäre ja... Das wäre richtig crazy. Ich bin erst um 8 oder 9 schlafen gegangen. Das wäre richtig dumm, wenn man sowas tun würde. Wenn man die ganze Nacht My Hero Academia durchsuchten würde. Die erste Staffel. Wenn man eigentlich auch die Story schon kennt. Das wäre richtig dumm. Sowas mache ich ja nicht. Ich bin doch nicht dumm. Haha! Scheiße. Ich hab mal hier My Hero Academia geschaut und dann noch so einen unbekannten Anime. Ich glaube, ist das eine Netflix-Produktion? Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwas China-Technisches. Warum sollte ein Erwachsener auch Zeichentrick schauen? Ich glaube nicht. Ich schaue nicht nur Zeichentrick. Also, ja klar schaue ich Zeichentrick. Ist ja ganz klar. Na, ich... Klar schaue ich Zeichentrick. Auch Erwachsenen Zeichentrick. Ähm... Ja. Hm... Hab ich Eikauer aber gesagt. Deutest, ich bestelle mir ja selbst eine Pizza. Wieso? Du bestätzt dir selbst nicht mal eine Pizza. Okay. Ich will Hilfe. Und weder massenhaft Pizza noch einen 500.000 Stahlofen. Wie kommst du... Wo kommt der auf den fucking Stahlofen? Hm... Ja... Ich kann Wege bauen. Neue Rohre. Ich kann endlich Maub verlangen. Ich kann endlich Maub verlangen. Das ist eigentlich ganz lustig am Anfang. Gibt einem ordentlich ne Finanzspritze. Später ist nur nervig, weil der komplette Verkehr aufgehalten wird. Und dann riesige Schlangen hast. Darkwing Duck. Okay. Goblin Slam. Ah... Goblin Slam. Hmm... Sagt mir gar nix. Goblin Slayer. Hab ich wohl was verpasst. So. Kann ich endlich sagen... Fick dich Industrie. Agra. Ja. Ja. Kann ich. Gratulation. Ich lösche euch. Tausende verlieren ihr Arbeitsplatz, weil irgendein Vollidiot die Grundstücke zurückgezogen hat. Und sämtliche Verträge gebrauchen hat. Gratulation. Wir sind stolz auf denjenigen, der das verbockt hat. Goblin Slayer ist so eine Schmuddel-Serie. Ähm... Schmuddel-Serie im Sinne von... Gibt's da Bumsi Bumsi? Ich mag Bumsi Bumsi. Äh... Nein. Ich würde sowas nie anschauen. Das ist ja gezeichnet. Mensch, schau ich die richtigen Sachen. Ja, gibt es! Oh Gott, dann darf ich das ja gar nicht angucken. Krieg ich Ärger von meiner Frau. Ähm... Wie hieß das nochmal? Nochmal... Nochmal zum Mitschreiben? So, ich brauche ein Industriegebiet. Aber... Achso. Moment. So, hier. Hier. Ich brauche ein Industriegebiet. Mann, es ist verdammt früh. Was macht ihr denn hier schon? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Jetzt mal ernsthaft. Was tut ihr hier? Ihr habt wirklich nichts Besseres zu tun, oder? Ey, Gott, ey. Geht raus, oder macht irgendwas anderes. Seid doch nicht hier, wie ein... Wie so ein... Dude, zieht es geil an, spielt. Mit einem bescheuerten DLC. Es tut mir halt leid. Ne, es tut mir leid. Aber das ist halt komplett irrenrissig. Dieses DLC. Holy shit, ey. Gib mir doch Sci-Fi. Gib mir doch irgendwas in die Hand. Ja, das versuche ich auch immer wieder zu sagen. Aber ich hab nichts in die Hand zu nehmen. Ähm, ähm... Ja. Gott, was würde ich dafür geben, City Skylands? Mit den Möglichkeiten von SimCity. Man wäre SimCity für mich tot. Aber leider gibt's das immer noch nicht. Gibt mega Megatowers, ne? Diese Megatürme, die man upgraden kann und miteinander verbinden kann. Noch kann man mit irgendwelchen coolen Sachen... Hä, mit so coolen Sci-Fi-Sachen kann man seine Stadt in die Zukunft heben. Das fand ich mega geil. Wie diese komische Alte auf dem Boden liegt und der Goblin stumpft die Hose runter. Okay. Äh, alles klar. Okay. I see. I see. Ich... Ich verstehe, wo das Ganze hinführt. Ich... I see. So... Kann ich das... Okay, der... Der... Ähm... Der Verkehr ist absolut verrückt von diesen Dingern. Da müssen wir von vorne reingucken, dass das irgendwie passt. Nicht im Nachhinein schauen, dass das passt. Nein. Nein, tu's nicht. Nicht... Nicht einfach ir... Nicht... Tu's nicht. Tu's nicht. Nicht einfach irgendwo hin bauen. No! Oh Gott. So. 20 Arbeiter. Die bauen an... Äh... Mais. Das ist zwar mal eine Kelle... Mais bauen. Anbauen. Und dann gibt's die Baumwolle. Und Mais. Äh... Da arbeiten. Ich würde jetzt sagen, wir machen noch normale Industrie. Na? Äh... Wir machen noch normale Agrarindustrie. Äh... Okay, das ist einfach... Ja, das kann ich übermalen. Sehr gut. So. Das können wir einfach übermalen. Dann machen wir das nämlich hier so. Dann, äh... Mischen wir das Ganze, ne? Dann mischen wir das Ganze. Mit, äh... Agrarindustrie. Also wirklich den... Gebäuden Agrarindustrie. Und, äh... Dann, äh... Nutzpflanzen, die wir, äh... Anbauen, verkaufen und so. Das dauert halt so eine Zeit und ist verdammt teuer. Bis das uns was bringt. Ja, und ich gehe nicht raus, da stand die Sobe Sonne. War aber nur in der ersten Folge, so würde ich nicht irre. Okay. Ja, keine Ahnung. Können wir mal reingucken. Gibt es das auf Netflix? Wahrscheinlich nicht, wahr? Wahrscheinlich nicht. Aber momentan schaue ich halt alles an, was so auf Netflix rumgeistert. Es wäre halt viel lieber, als das irgendwie, ähm, auf, äh... auf den anderen Seiten zu gucken. Ob die es da so im Internet skippt. Wie minus? Wie? Wir machen minus. Achso, weil die... Okay, weil die Industrie gekillt wird. Und damit auch den Strom. Äh, ups. Äh, ja, wir nehmen uns... Das ist ein dickes, fettes Darlehen. Ähm. Also. Erst einmal das. Dann, äh, dann brauchen wir... Wir brauchen diese ganzen Verbindungen wieder. So. Genau. Dann brauchen wir... Wasser. Ja, 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 ich hab immer kein Geld. Immer kein Geld. Aber Cola-Dose ist offen. Brust. Vanille-Cola. Heute kam dicke, fette Lieferung, meine Freunde. Und wieder diese beschissenen Dosen kaputt. Da will ich direkt sagen, ja, Mann, Gott, ich bezahle 8 Euro Lieferung oder so. Packt das wenigstens ein beschissenes Plastik ein. Ich werde das, ich werde das bei der Frau so verkaufen, dass dadurch die Umwelt geschont wird. Aber du säufst Aluminiumdosen! Wo wird da die Umwelt geschont? Verdammt. Ich hoffe, sie kommt nicht mit diesem Argument. Dann killt ihr mich damit. Aber ich sag, damit wird die Umwelt geschont. Ist ja auch was. Ich guck nur auf einer Seite, wenn die verfluten Deutschen zuvor zum Übersetze geworden sind. Äh, ja. Smirich. Kostet ja auch Geld, war. Sind das Pfanddosen? Nein. Also traurig ist, dass wir herausgefunden haben, dass Pfanddosen nicht anders recycelt werden als normale Dosen. Die können man nicht, doch nicht 31 Jahre an brauchbare Synchronisationen gewöhnen und anschließend mitten in der Serien-Synchronisationen einstellen. Das ist warum die eigentlich, wer sie sind. Dosen aus Hornet Easy. Also ich hab auch gern lieber Dosen, also Pfanddosen. Ne, da müsste ich die Dosen nicht klein machen und da müssen wir sie nicht, äh, da müssen wir sie nicht zum Wertstoffhof bringen. Aber gut. Aber gut. Ja, sind ja Dosen aus Hornet. Woanders gibt's den Shit ja nicht. Woanders gibt's den Shit ja nicht. Also irgendwo muss ich halt in meinen Stoff beziehen. Boah, geil. Oh Gott, ich wohne im Süden. Was soll ich dazu sagen? Ich wohne halt im richtig armen Arsch der Welt. Feels Batman. Hier ist nix. Na gut, Schweiz und Österreich. Aber das bringt mir... Das bringt mir halt auch nix. Das bringt mir leider nix. Grüns! Bürg, Uhr. Ja. Sehr schön. també. Ja. 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 Futtern die Mais oder Baumwolle? Was futtern zu rinden? Wisst ihr das? So, dadurch nehmen wir mehr ein. Hoffentlich, ne? Ja, da die als Nutzpflanzen gelten. Ich kann alles anbauen, ne? Das ist halt egal. Die fressen auch Baumwolle, kein Problem. Vergesst es direkt mit dem Upgraden. Ich hab's geschafft, meine Stadt derart alles skanieren zu lassen, dass du mal ein Ryzen und meine 230 GB RAM ein Problem bekommen haben, das spülflüssig darzustellen. Echt? Die Engine hat nicht nachgegeben, sondern dein PC? Ist dein PC zu schwach, musst du upgraden. Jung. Ist es zu stark, bist du zu schwach. Importieren? Wie importieren? Wie importieren? Wieso importieren? Hä? Wieso importieren? Wieso? Moment. Gesamtprofit 119, das gibt's doch gar nicht. Äh, darf ich das irgendwo verbieten? Kühe. Ich hab doch Mais und ich hab Baumwolle. Was wollt ihr denn noch? Das finde ich jetzt nicht dufte. Ehrlich gesagt, das finde ich jetzt nicht dufte. Eine Bergerei, Getreidemühle, Landarbeiter und die Küche, Viehsteller und eine kleine Scheune. Ja, das passt ja. So, da brauchen wir mal ein paar Weizen an, wa? Oh, Weizen. So. Mein Weizen ist quasi 4E7. Ich sehe, es gibt es mit 128 Kernen. Gab's damals Kühl in dem Game? Das kam jetzt mit Industrie, mit Industrie-Update. Hi Max, Mods gibt's keine, sorry. Also, ich spiel das Spiel ungemoddet, weil jetzt hat... Also, es kam jetzt das Add-on des Jahrhunderts raus für CD's. Also, ich weiß nicht. Weil man dieses Add-on nicht besitzt, ne? Dann hat man auch einfach was falsch gemacht im Leben. Muss ich... Ich bin halt... Ey, sorry, ne? Dass ich das einfach so sag, so unverdüht, aber alles halt... Ey, wenn man dieses neue, neue DLC nicht hat, das ist halt dann auch... Dann hat man irgendwas verpasst im Leben, ne? Das ist halt einfach so, ne? Ich... Klingt jetzt... Klingt jetzt ein bisschen hart, ne? Klingt... Klingt... Klingt ein Tacken hart, aber... Wenn du dieses Add-on nicht hast, ne? Dann... Ich weiß halt auch nicht, ne? Dann... Dann bummst du auch nicht, ne? Das ist sowas. So krass ist das. Ne? Das ist halt... What the fuck? Ach so. Also wir reden jetzt von diesen... Das letzte DLC, das war schon sinnvoll. Das Industrie... Also von diesen DLC... Man kann jetzt ne große Schule bauen. Ich hab's mir nicht ausgedacht. Schaut mich jetzt nicht so komisch an. Ich meine, wer wollte nicht eine große Schule schon mal bauen? Bin mal gespannt. Ich gehe natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung ran, ne? Also ich erwarte Bildung. Ne? Bildung... Lernen... Und... Ja... 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 Ich find Traffic Manager sollte man nicht missen. Ist das up to date oder so? Hat da nicht... Haben da nicht... Mods da schon... Haben da nicht... Hat da nicht schon dieses Traffic Ding... Von Cities... Hat das nicht schon... Hat das die ganze nicht schon verbessert? Gut, das Industrie... Das... Die Industrie hat dann später ein paar... Verkehrsprobleme. Nur ein paar! Das ist nicht nennenswert. Ich meine, so ein kleines Feld muss halt schon... Da müssen schon die Trucks rausgetransportiert werden. Zocker ist wieder der Laber-Peder. Was? Was ist denn ein Laber-Peder? Ich bin müde. Und hab nur Quatsch im Kopf gerade. Ich find viele Sachen lustig... Und wo sie eigentlich gar nicht lustig sind. Sorry. Ihr müsst mich halt jetzt heute ertragen. Heute Abend geht's früh ins Bett. Und da spielen wir nicht bis 2 Uhr nachts oder so. Und dann entdeck ich nicht um 2 Uhr... Um halb 3 noch ein Anime. Den ich durchsuchte bis zum 8 Uhr. Bis die Frau aufsteht. Und mich ganz so wundert anschaut. Und ich so... Möchtest du auch noch Frühstück? Ja, warum nicht? Fuck, jetzt hab ich Hunger. Ich hätte nicht Ja sagen sollen. Das ist halt... Quatsch. Das war kompletter Quatsch. Ich hätte Nein sagen sollen. Ja, ja, also... Ne, das war jetzt nicht... Also, das war jetzt nicht so. Das war schon... Es war sinnvoll, dass wir so durchgezogen haben. Ich meine, das Spiel geht halt nur am Stück. War jetzt schon nicht schlecht. Die halbe Stunde danach war halt verschwendet. Mit dem Shit Classic Zeugs. Die Zeit war verschwendet. Aber ansonsten... Observation hat sie schon gelaunt. 2000 Profit. Das ist halt... Das Industriegebiets-Ding... Ähm... Ähm... Dieses Industriegebiets... Äh... Gelöt macht halt einfach so viel Geld. Du hast später einfach keine Geldprobleme mehr. Du hast halt Verkehrsprobleme. So, die städtische Wasserversorgung wird schwierig. So, dann, ähm... Erweitern wir die Kaimauer. Ja, überflutet halt das Shit. So, äh... Wieso geht's hier denn runter? Das macht doch gar keinen Sinn. Moment, das sollte nicht runtergehen, sondern sollte auf derselben Ebenen weitergeführt werden. So, dann kennen wir diese komische Nase. Ja, die... Das Fluss ist ein bisschen unruhig, wa? Ähm... Boah, ja klar, warum nicht? Also, es gibt sowas... Also, dieses Traffic-DLC ist meiner Meinung nach schon fast must have. Ähm... Aber das führt halt kaum was Neues ein. Das kann man eigentlich alles per Mod machen. Oh-oh. Wieso hab ich so viel Minus? Oh! Ah, okay. Warum hab ich so viel Minus? Ja, weil alle Betriebe ihre Arbeit eingestellt haben. Gerade weil es so... Und wer halt nicht auf der Arbeit kacken kann, der ist halt ziemlich unzufrieden. Zu Recht. Zu Recht. So... Zack, zack, zack. So, schön geordnet. An einer Keimauer. So muss das sein. Und das gleiche jetzt ziehen wir dann hier durch. Dann machen wir die Keimauer. Entsprechend hier lang. Muss noch posten, dass wir streamen. Das muss für die Nachwelt festgehalten werden, dass ich mal wieder früher angefangen hab als 12. Die Nachwelt muss es erfahren, meine Freunde. Geil! Hau die Gülle in den Fluss! Scheiß drauf, ob das irgendwie umkippt und... ...irgendwie Fische sterben oder so. YOLO! You live only once! Also einmal rein damit. Gut, da ist Umwelt. Scheiß drauf, ne? Das passt schon. Ich meine, das kriegen wir schon wieder hin. Das macht halt... Das Zukunfts-Ich kümmert sich da schon drum. Die Zukunft... Die Zukunft... Das passt schon. Das wird schon irgendjemand... Irgendein Idiot wird das schon richten. Da gibt es dann irgendeine Zukunftstechnologie... Die... Die mag das schon, denke ich. Ne? Gut, bis dahin sterben einige Arten aus. Aber ich meine... Ne, das ist doch völlig normal. So. Das ist doch völlig normal. Das ist halt der Kreislauf... Ne, das ist... Selber schuld, ne? Selber schuld. Warum ist... Ist man auch ganz unten in der Nahrungskette, ne? So. So. Geh ins Bett. Der Stuhl macht weiter. Für mal Sommer probieren könnte dir auch gefallen. Oder hast du schon Prey gezockt? Prey hatte ich leider kein Geld damals. Ähm... Prey hatte ich leider kein Cash. Und äh... Observation. Ja, da kam ich nie richtig rein. Traffic ist wichtig. Warum nie bei mir auf der Arbeit kacken? Wieso nicht? Für lau kacken gehen. Ne? Während der Arbeitszeit. Läuft auch. Einfach 10... 10 Minuten drücken. 10 Minuten Cash bekommen dafür. Ich meine, da wäre ich ja ganz schön blöd, wenn ich das zu Hause machen würde. Ja, ja, das passt schon. Bis das zum Problem wird, können sich unsere Kinder darum kümmern. Stört uns doch nicht. Und hey. Hi, Sreelos. Deine Einstellung gefällt mir direkt. Geil. Soccer-approved. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn hier los? Äh... Strum... Dass das auf Wasser stehen muss. Ist das... Ist das... Warum muss das auf Wasser stehen? Da ist ein Solarpanel drauf und das hat ganz... Egal. Okay. So. Dann brauchen wir weitere Möglichkeiten, unseren Abfall wegzuschmeißen. Äh... Und zwar... Nahverkehr, Polizei und Kriminalität. So, hier. Müll. Wir recyceln schon, ne? Wir recyceln. Müllproduktion 80.000 Einheiten pro Woche. Und Verarbeitung können wir 24 machen pro Woche. Äh... Verdammt. Wir können es halt leider noch nicht in Energie umwandeln. Und das dauert noch eine ganze Weile. Schön, dass die dran steht, wie viel Müll wir produzieren. So, dann haben wir da vier... Ach Gott, jetzt habe ich mein ganzes Geld dafür verpulvert. Ähm... Gut. Feuerwehr. Sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Wir brauchen jetzt noch Wasser. Heimscheißer. Heimscheißer. Hashtag Heimscheißer. Weil es da schon schlimm riecht, dann irgendwie... Frage, selbst da setze ich mich noch nicht hin. Okay, was ist das so eine Firma? Nicht fragen, einfach machen. Keine Ahnung, was da ein besoffener Programmierer da gemacht hat. Das ist halt auch so ein Quatsch. Aber okay. Ich habe es gemacht, Chef. Was als nächstes? So, Tierprodukte. 3600 Tonnen. Keine Importierungen. Das will ich auch hoffen, dass es so bleibt. So, kann ich die ersten Sachen verarbeiten? Nein, ich bin im falschen Tapp drin. Getreidemühle. Viel Stall. Produktion 3200 pro Woche. Verschmutzt aber die Gegend. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Genau, das müssen wir später schauen, dass wir da so Lagersachen machen. Genau, da müssten wir hier so Unterkünfte bauen. Die produzieren nichts, ne? Aber da haben 120 Arbeiter. Das ist halt... Das Spiel ist super realistisch. Aber Mann, ne? Aber Mann, dieses Industrie-DEC ist halt null realistisch. Ne? Ich... Ja. Klar. Fünf Frachtlast haben die. Meine Güte. So. Okay. Wir brauchen mehr Läden. Genau. Die werden das... Die reißen das automatisch selber ab. Da muss man nichts machen. Oh Gott, das reicht nicht mehr. Wieso ist das... Ist das krumm und schief? Ja, ne? Tja. Scheiß drauf. Fuck! Symmetrie. Das ist schief. Das lassen wir nicht zu. So. Weg damit. soll er müssen ein paar geschäfte abreißen das ist ja das ist ja nicht mehr tragbar hier wir könnten eigentlich die ersten kredite zurückzahlen können wir nicht gut dann wenn die zu smart werden dann wollen die nicht mehr auf unseren feldern arbeiten das hat die frage nutzt es uns was einen kleinen bonus auf bildung eine freie schule ein institut für die bildende künste wir bieten meine freie schule an ja ich bin ich ja ich weiß schon das ist ein bisschen soll ich sagen die werden wahrscheinlich alle 250 kinder gehen jetzt drauf in diesem dorf ein dorf mit 3600 leuten denn verdammt viel zwar in der fünfer kreuzung kommt noch eine schule das wird bombastisch mehr die kinder die freuen sich verkehr geil hupende leute auch dass das wird ein spaß für die ganze familie man kann so entspannt lernen hier ist auch komisch okay wir brauchen verdammt viel energie meine güte hört mal auf so viel energie zu verschwenden laden eure scheiß handys mit dreht euer strom ne tretet euer strom die miete zeit hierfür dinge ihr solltet 20 megawatt produzieren tut ihr nicht doch kohlenergie verwenden die sind ja super unzuverlässig okay ich will mein kind hört das sagt leute ob nicht ich will was lernen also ich kenne da viele zum beispiel ich ich würde uns die ganze zeit sagen ich würde runtergehen nach hause gehen anfangen zu zocken irgendwann zurückkommen sagen ja ich habe mit diskutiert und mit dem tut und war das hat super lang gedauert was die dachs und spars ja er ist jetzt tot die schulzeit ein vertikaler bauen leute wir haben ein problem was mache ich denn da jetzt was machen wir denn da jetzt das ist katastrophal nicht genügend käufer für produkte oomg dann müssen wir das weiterverarbeiten wir haben eine getreide mühle nun wir haben theoretisch eine bäckerei so dann machen wir das industriegebiet mal größer sie müssen im industriegebiet sein brauchen aber keine ressourcen diese in diese richtung das heißt wir können das industriegebiet hier raus erweitern dann macht man uns einen weg leck salz kriegst durst und das bringt mir was was ist das so ein tipp was ist das so ein tipp das problem er verschmutzt hat die gegend das heißt da können wir lagerhäuser hinbauen oder so und hier bauen wir die mühle hin und das war's dann halt ne da müssen wir schauen wie wir das am dürfsten machen so da kommt dann alter dieses lagerhaus ist ja winzig das problem die produzieren verdammt viel verkehr genau wir müssen wir müssen und sollten dafür sorgen dass wir ein ding bauen äh so eine art transport unternehmen äh fleisch dann brauchen die noch irgendwas und mehl äh 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 So, wir killen auf ihn. Achso, das ist nur für eins, ja komm, dann bringt uns das Lager aus ja gar nichts. Wir sollten mal die ganzen Ampeln killen. Das ist das erste was man tun sollte, sobald es ein bisschen mehr Verkehr gibt. Das ist ja komplett Quatsch. Ampeln sind in diesem Spiel komplett nutzlos. Sie entschleunigen den Verkehr und führen nur dazu, dass es entschleunigt ist. Logic. Unbestreitbar meine Freunde, unbestreitbar. Wer mich fragt, hat jetzt alles super Sinn gemacht gerade, was ich gesagt habe. So, dann bauen wir die Bäckerei. So, Tierprodukte, Nutzpflanzen und mehr. Und dann kriegen wir Snacks. Und diese Snacks sind... Wir brauchen natürlich Nutzpflanzen und so. Und das ist schon ein bisschen was, was wir brauchen. Ähm... Ich muss da überlegen. Gibt es irgendwie... Ja, es gibt halt schon die Toten. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Das Lustige ist, wir haben nicht mehr ein Unternehmen dafür in diese Richtung. Ähm... Die Stadt muss weiter wachsen, ne? Ich sollte vielleicht anfangen, mal ein Gebiet zu kaufen. Äh... Fuck, da oben ist ja der Fluss. Da müssen wir das da kaufen. Ach, da ist ja die Bahn. Okay, die Bahn killen wir. Das darf ich nicht vergessen, dass ich die nochmal hinbauen muss. So, dann brauchen wir eine weitere Hauptstraße. Okay, aber gemessen an dieser... Ich sag mal an diesem, äh... Maß der Geradheit, ne? So. Genau, das passt dann perfekt. So. Ich würde sagen... Wir machen den Abstand. Ein Feld. Zwei Feld. Und da kommt die Straße hin. Die größere. Dann haben wir nochmal zwei Einkaufsstraßen nach links und rechts. Äh, nach links. Ja, genau, nach links. Nach rechts gibt es da nur eine. Wie immer. Eigentlich müssten wir das Verkehrssystem so bauen. T-Kreuzungen. Eigentlich müsste das so gebaut werden, um den Verkehr zu entlasten. So, dann kann man hier ein bisschen was ausweisen. Zack, 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 zack. Bitteschön. Dankeschön. Gern geschehen. So. Und dann, ähm... Wie das hier super geplant ist. Und dann geht's los, dass wir einfach irgendwie bauen. Das hat alles seinen Sinn. Das ist halt ein Dorf, ne? Man muss davon nicht vergessen. Das ist halt keine Stadt, ne? Das ist ein fucking Dorf. Und ein Dorf hat jetzt auch mal hier so einfach mal so einen Scheißel drin. Warum? Weil irgendjemand gesagt hat, okay, ne? Ähm... Okay, ne? Wir sind im Dorf. Da in der Mitte ist irgendwas super wichtiges. Zum Beispiel, äh... Ein wichtiges Denkmal. Hab ich was, dass ich da reinballern kann? Ich hab kein Geld für gar nichts. Egal. Auf jeden Fall irgendwas in der Mitte stand da mal. Und das ist auch gut so. Und es war jetzt gut. So. Ne? So, zack. Zack. Und dann bauen wir da an. So. Genau. Äh... Okay, da kann ich gar nichts mehr. Da kann ich auch nicht mehr. Wieso? Okay, hier geht was. So. Dann do-do-do-doktornen wir das so ein bisschen hier mal an. Okay, hier geht was. Wir fahren da noch ein bisschen hier so rum. Das ist halt das Geile an dem Dorf, ne? Du hast eigentlich keine Verkehrsprobleme, ne? Theoretisch. Praktisch. Musst man dann immer gucken. Das Dorf dann 10.000 Einwohner fast. Und da alle dann einkaufen gehen wollen. Rush Hour Freitagabend, ne? Dann, äh... Sagen wir Ripper-Roni-Verkehr, ne? Eigentlich mag ich das nicht da oben anzubauen. Wisst ihr warum? Die reißen wir sowieso ab, ne? Da kommen Straßen hin. Da kommt alles mögliche hin. Feuerwehr, Krankenhaus. Hast du nicht gesehen. Macht keinen Sinn da überhaupt irgendwas anzudoktern. Ähm... So... Ich hab leider kein Geld mehr. Das heißt, schwierig da jetzt noch was zu machen. Aber das neue Zeug steht. Das ist schon mal immerhin etwas. Dann wird das wie so ein Netz aufgebaut. Mit den Kreisen. Dann bauen wir da in der Mitte irgendwas Nices hin. Und dann passt das schon. Genau, es fehlen überall Arbeiter. Lustigerweise wird aber komplett alles bebaut. Die Arbeiter sind halt auf den wenigen Plätzen hier verteilt, ne? Also... Materialkosten 1280. Produktionswert 4000. Genau. So... Mal schauen, ob das Mehl reicht, ne? Nutzpflanzen kommt einfach alles rein, ne? Bisschen Baumwolle. Bisschen Mais. Bisschen Weizen. Die richtige Mischung macht's, ne? Wenn sich dann irgendjemand wundert, hm? Das schmeckt ja wie mein T-Shirt. Schwierig, ne? Wir antworten dann einfach... Ja? Komisch. Hm? Heute schmeckt's aber wieder Baumwollig. Hm? Hm? Seltsam. Sollte ja eigentlich nicht so sein. Wird dann gesagt, ne? Das... Das ist ja... Fake News, ne? Fake News. So. Wir brauchen mehr Mehl. Stell ich gerade fest. Dann bauen wir genau nebendran... noch ein, äh... Mehlgebäude. Wir bräuchten dann ein bisschen mehr Getreide. Ach, kann ich nicht. Okay. Dann, äh... müssten wir das hier ein bisschen erweitern. Das ist aber kein Problem. So. Dann brauchen wir hier ein bisschen Getreide. Ah. Nicht QE. Sondern so. Genau. Und dann können wir das hier wieder ein bisschen anschließen. Zack. So. Und dann sollte das passen. Ich hoffe halt, dass die Nutzpflanzen genug hergestellt wird. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch, ähm... Oh, ich hab ein hartes Déjà-vu. Nice. Äh... Und wir können hier noch ein bisschen mehr... Wobei, die... Die wachsen noch nicht mehr so gut. Ist das egal, wo das ist? Die... Die... Die stehen auch auf Beton. Grün. Kennen die nicht. Hier gibt's ein bisschen Gras. Am Rand. Die Armkühe, ey. Ah, okay. Da bin ich schon zu weit raus. Das hab ich... Habe ich mir schon gedacht. Dass ich da ein bisschen zu weit raus bin. So... Ich meine, wir könnten hier noch ein bisschen, äh... Weizen anbauen. Dafür müssen wir kurz das Industriegebiet ein bisschen ausweiten. Wir müssen halt schauen, dass, äh... Dass das passt, ne? Okay. Also die Stadt... In der Stadt können wir dann den ersten Campus bauen. Ich bin mal gespannt. Weizen, 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 Weizen... Okay, dann haben wir sechs Weizenfelder. Das sollte eigentlich reichen. Das sollte eigentlich reichen, was das anbelangt, ne? So... Okay. Schulen haben wir gebaut. Kapazitäten und... Genau. Die Kapazitäten und die Berechtigungen, ich sag mal, die gehen ganz schön runter. Ähm... Wir bauen das jetzt mal dann hier hin. So, dann müssen wir das Wasser noch anschließen. Ja, da fährt man vorher kein Geld mehr, ne? So, okay. Habe ich irgendwie Probleme mit Energie gehabt oder so? Ne, ne? Achso, äh... Die Tonen. Ähm... Scheiße. Herzlichen Glückwunsch! Mühlenbällchen hat Stufe 3 erreicht. Limonadenfabrik. Melkstand. Mittleres Getreidefeld. Mittleres Obstfeld. Oh, nice. Limonadenfabrik. Was brauchen wir denn hier für eine gute Limon? Ich glaube, wir brauchen sowas wie Glas oder so. Ne? Ja, Alu brauchen wir. Raus! Verdammt, scheiße. Wir brauchen Alu. Yaxo ist wie ein Kuss aus der Dose. Die Limonadenfabrik produziert süße wie belebende Getränke von Yaxo in verschiedene Geschmacksrichtungen. Um diese herzustellen, werden Spezialgüter aus Nutzpflanzen und Glas erforderlich. Einzigartige Fabriken können außerhalb des Industriegebiets platziert werden. Glas. Eine kleine Erzmine. Erztiefbau. Okay, Erze haben wir halt noch gar nicht gemacht. Okay, Erze hatten wir noch gar nicht und Öl auch nicht. Holz hatten wir schon, glaube ich. Aber das ist halt das Erste, was man hier kriegt. Okay, Erze sind da hinten erst. Da müssen wir den Berg einebnen. Steht da hinten ein fucking Gebäude? Da hinten steht ein Gebäude. Warum? Wahrscheinlich illegale Geschäfte werden da verrichtet. Ähm... Ja. Das Problem ist, ich habe nichts um die Toten abzuholen. Doch, ich habe einen Friedhof! Oh Gott! Schnell! Schnell! So, also klar, ne? Friedhof wird wieder gebaut. Äh, in der Nähe der Recyclinganlage. Damit die Menschen direkt wissen, okay. Ne? Ich meine, die Toten werden auf jeden wiederverwendet. Ne? Die Toten werden auf jeden wiederverwendet, ne? Das passt schon. Dann wird ein bisschen rumexperimentiert. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Was man halt einfach so macht, ne? Schaut nicht so gut aus mit deiner Welt, hä? Hä? Ja, ich habe keinen Friedhof gebaut, ich schuft. Das sollte jetzt aber passen. Ich dachte, ich habe gar keine Friedhöfe. Äh, ne? Ich kann nichts bauen in diese Richtung. Wusste ich ja nicht, dass ich das schon kann. No. Ich weiß halt nicht alles. Also, man denkt jetzt, dass ich vielleicht alles weiß, aber nee. Ich muss wirklich enttäuschen, ne? Also, manchmal... Manchmal weiß ich auch Dinge nicht. Klar, ich bin Streamer, ne? Ich denke, ich weiß alles, aber... Ich muss euch sagen... Überraschung. Na, ich weiß, es kommt jetzt ein bisschen überraschend. Ein bisschen plötzlich, aber... Ich weiß, denke ich, nicht alles, ne? Du weißt nicht alles?! Oh Gott, jetzt habe ich ein Video verloren. Verdammt! Ich meine, ich weiß alles! Gott, Sven! Ich bin immer super vorbereitet auf meine Streams. Wenn man hier harte Fakten haben möchte und vor allem auch nütz... Unnütz... Nützes... Nützes Gaming-Wissen, ne? Dann ist man hier mal an der richtigen Stelle. Unsub, unfollow, unwatched. Ja, unwatched wird schwierig. Junger Padawan. Äh, sorry, dass ich das so erfahren muss. Ich weiß, schockierend. Das ist auch eine Enttüllung. Das, äh... War jetzt nicht so geplant. In diesem Stream wollte ich das gar nicht sagen. Ähm... So... Das können wir nur so machen. So... Ja, es ist, dass so wenig Hauptstraßen gibt, ist eigentlich nicht gut. Wenn wir später da Verkehr machen wollen oder so. In dem Dörfle. Da wird es eine Straßenbahn geben. Von hier über oben rüber. Nach da runter und das war's. Aber naja, egal. Ist, denke ich, jetzt nicht so richtig. Okay. So... Was macht ihr so schön, das war der Freundin? Was macht ihr so schönes? Ich glaube, ich schmeiß mir jetzt gleich mal so ein paar Baguettes in den Ofen. Oder noch irgendwas. Ich muss mich ja langsam jetzt dran gewöhnen, früh aufzustehen. Damit ich wenigstens noch ein bisschen was von meinem Urlaub hab. Äh... Ich wollte eigentlich super viel streamen. Das läuft wieder richtig gut. Ich schau 5000, äh, Animes und irgendwelche Serien. Dieses Gamma of the Thrones oder wie auch immer dieses Ding heißt, ne. Das hab ich schon auch gesehen. Aber ansonsten... Hab ich echt nichts gemacht in meinem Urlaub. Richtig schlimm. Ich hab auch dieses, dieses, äh... Total War 3... 3... 3 kingdoms hab ich auch gespielt. Was für verschwendete Zeit. Sieht ganz, das neue DLC ist wie geil an. Ich muss mir ne Energy holen. Ansonsten laber ich nur noch Scheiße. Kippo! Völlig übermüdet, meine Freunde. Ich komm damit gar nicht klar. Meine 7 bis 8 Stunden Schlaf. Rip Romy. Sooo... Da das die Hauptstraße ist... Sooo... Da das die Hauptstraße ist... Das passt so. Dann müssen wir das hier noch verbinden. Eine geschäftige Kleinstadt. Echt? 4000 Einwohner ist schon ne Kleinstadt? Was, ein Buchclub? Was, ein Buchclub? Was, ein Buchclub? Was, ein Buchclub? Eine Buchmesse. Arbeitergebäckschutz. Mhm. 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 Tropengärten. Skateboardpark. Geothermikraftwerke. Gott sei Dank. Damit ist das Energieproblem weg. Wobei es gab eigentlich nie ein Energieproblem. Okay. Ähm. Wir haben nicht genug tierische Produkte. Mühle. 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 Ist aber kein Problem. Das kriegen wir wieder hin. Da müssen wir einfach auf das Doppelte erhöhen. Muuuuh. 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 Hochlandrind. Oh, die sehen lustig aus. Da wollen wir Hochlandrinder. Ist ja egal, was genau wir da produzieren. Macht keinen Unterschied. Außer die Modelle. So, genau. Jetzt müssen wir natürlich die Weizenproduktionen antreiben. Äh, dafür kann ich jetzt mittlere Weizenfelder machen. Äh, mittlere, ja, mittlere Getreidefelder. Und zwar Weizen. Ein Treibhaus. Treibhäuse würden halt Sinn machen bei einer kalten Gegend, aber jetzt bei der warmen Gegend... Passt das schon, ne? Passt das schon, ne? Okay, der Freiluftpark ist ja riesig. Das Zeugs passt nirgends hin. Muuuh. Hmm. Okay. So, ja, hier fehlen halt Kunden, ne? Deswegen, ich hab das komplett, achso, hab ich nicht komplett ausgewiesen. Wir sollten dann schauen, dass wir dem dann entsprechen. Ich mach Minus. Wieso mach ich Minus? 8.000 nimmt Industrie ein. 9.000 macht mir Industrie. Aber 5.000 Minus. Also, ich glaube, die Bäckerei läuft halt da noch nicht so richtig. Die ist, glaub ich, gerade eingeknickt. Die muss natürlich laufen, weil da kommt das ganze Zeug so ein. Und so, wie starten? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ja das sieht aber gut aus, warum das jetzt zusammengeknickt ist, keine Ahnung. Warum das Cache zusammengeknickt ist, I don't know. Okay, so, dann könnten wir eigentlich dieses Gebiet hier ausweisen. Na, dann können wir mal ein Stadtgebiet machen und dann verringern wir mal sowas wie Schmutz. Na, ähm. Dann verringern wir mal sowas wie Schmutz. Äh, genau, genau, genau. Ich würde sagen, wir graden diese Straße hier ab. Das geht Gott sei Dank ausgezeichnet. Doofnotiv für die Anwohner. Doof für die Anwohner. Aber irgendwo müssen wir später... Ah, okay. Irgendwo müssen wir das Zeugs ja dann später durchleiten. Wie geht's nicht, meine Freunde? Spielt ihr gerade irgendwas Interessantes? Spielt ihr gerade selbst die Skullands? Was macht ihr denn Schönes? Sagt ihr, keine Ahnung, WoW, Toll War, Free Kingdoms. Irgendwie, keine Ahnung, was ganz anderes. Alles fit, alles Saki Doki bei euch. Zack, 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 zack. Sieht gut aus. So, und dann müssten wir diesen Kreis hier draußen nochmal gehen. So, dass wir irgendwo eine Hauptstraße haben. So, zack, dann müssen wir das jetzt hier nochmal nachziehen. Ist aber kein Problem. So. Hi, ist das die Nerf? Eine gemütliche Runde Stilaris. Uh, ja, Stilaris. Ähm. Ja, müssen wir die Borg fertig spielen, ne? Aber ich denke, das sind wir dann, äh, machen. Wenn das neue DLC draußen ist. Und vielleicht vorher, mal schauen. Satisfactory, geil. Ich zeige gerade Zettos Zuchtdory und überlege auch die ganze Zeit, um mir ein Total War, die 60 Euro wert ist. Ähm. Hey, Turbaner, ganz ehrlich, das läuft ja nicht weg, ne? Also, wenn du, wenn du überlegst, ob du es holen sollst, warte einfach. Ey, dann ist halt, dann ist halt, dann ist halt auch egal, oder? So sehe ich das halt. Wenn du überlegst, hm, soll ich, soll ich nicht, dann kaufe ich meistens das Spiel nicht. Aber dann kann es ja nicht so wichtig sein, ne? Ja, wenn du aber sagst, boah, ne, geil, los geht's, ne? Dann ist das was anderes. Aber ich denke, du verpasst jetzt nichts, wenn du es jetzt nicht sofort spielst. Es im Angebot zu holen, wäre natürlich smart. Vor allem, wenn du sowieso beschäftigt bist. Hm, da können wir jetzt was hinbauen. Oder? Ich weiß es nicht, ne? Ist ja immer noch deine Entscheidung. Aber so sehe ich das so ein bisschen. Kein Problem. Diese nicht gewollte Meinung wurde Ihnen präsentiert von Federalist Circle. Er hilft bei Kaufentscheidungen. Garantiert gesponsert. Nicht gesponsert. Nicht gesponsert. Verdammte Scheiße. Tippau. Also irgendwas fluktuiert hier. Aber richtig hart. Das sind die Industrieeinnahmen, ne? Ja, siehst du das? Von 18.000 auf 10.000 runter. Kommt darauf an, wenn sie was herstellen oder nicht, ne? Ach so. Ja, wenn die langweilig ist, dann besorgt der halt doch so. Weißt du nicht, wie es bei den Cash technisch aussieht? Wenn das nicht so tragisch wäre, dass du dann nur eine Woche beschäftigt wärst. Ich sag mal, du würdest nichts falsch machen, wenn du es kaufen würdest. Aber ob es das wert ist, musst du halt selber wissen. Du hast dazu geschaut, ne? Du weißt ja, was das Spiel drin ist. Ich hab's ja auch ausführlich erläutert. Für meinen Geschmack hab ich's gestern eventuell übertrieben. Wir sind die ganzen Dudes weggelaufen, die zugeschaut haben, als ich die Ausführung mehr als überdeutlich gemacht hab. Das Interessant ist, denn Satisfactory kommt sowieso erst mit dem größeren Update. Ende Juni kommt's erst, ne? Kleidungsfabrik, Bauernhof, Instandhaltungsgebäude, Große Schäune, Schlachthaus. Eine Kleidungsfabrik. Eine Kleidungsfabrik. Man kann auch, also der neueste Trend, hab ich gehört, ne? Hab ich gehört. Der neueste Trend in der Modebranche ist ja das Tragen von Weizen. Ihr fragt euch jetzt, okay, what the fuck, was hast du denn geraucht? Ich hab leider nichts geraucht. Ich bin einfach nur müde. Aber, der neueste Trend ist wirklich Weizen tragen, ne? So diese Weizenhelme über die Nibbel und so, ne? Und dann im Gemächt. Das ist der neueste Trend, ne? Glaubt mir das. Ne? Streng empfohlen von mir. Streng empfohlen. Kann nur sagen, das ist der letzte Schrei. Medizinisches Labor. Na, statt würde es vielleicht cool aussehen, aber... Wir gehen uns jetzt nicht wirklich weiter. So, dann machen wir das hier im Netz. So, dann brauchen wir noch eine Feuerwehr. Und eine Polizei. So, eine Polizei. Museen. Das Technologiemuseum, die Kunstgalerie und das Forschungszentrum sind einzig eine Gebäude, die auf Campusgelände oder außerhalb davon errichtet werden können. Aha! Museen beherbergen die akademischen Werke seines Campus-Typs und stellt sie für die Öffentlichkeit aus. Je mehr akademische Werke das Museum beherbergt, desto attraktiver wird es. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, ne? Aber ich wurde nicht attraktiver. So, institut der Bildung, ja, die Oberschule machen wir einfach. Straight. Berechtigt 933, Kapazität 1000, das passt schon, ne? Bibliothek. Ja, die ist so riesig, ne? In der Stadt vielleicht. Ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. So, die Industrie läuft, ne? Sie schwankt ein bisschen hier und da. Manchmal produziert sie nur 8000 Einnahmen, manchmal 10, manchmal 20. Kommt drauf an, wenn es verkauft wird. Ne? Das schwankt ein bisschen. So. Okay. Ich finde es ein bisschen doof immer, dass man diese gelben Flecken sieht, ne? Von den Weiden. Okay. Hätte man auch so versteckt machen können, wie Erze. Genau das gleiche mit Öl. Ich finde das ein bisschen hässlich. Nicht nur ein bisschen. Also die Versorgung, die Grundversorgung steht. Wir müssen natürlich jetzt anfangen, sowas wie Post. Ich habe vergessen, dass es ein Postamt gibt. Ich wusste ja gar nicht, dass es ein fucking Postamt gibt. Okay. Wenn es irgendwas bringt, mehr Zufriedenheit wahrscheinlich. Aber Zufriedenheit hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Wenn ihr den Wasser und Strom gibt, sind sie schon zufrieden. Dann gibt es denen noch ein bisschen Dienstleistung, ein bisschen Arbeit. Haust den Zoo hin und dann ist das okidoki. Ob wir jetzt eine weitere Oberschule brauchen, mal schauen. Oh, Öl. Okay, Öl, ja. Öl, ne? Wäre auch interessant. Gibt es denn hier Öl? Also es gibt super wenig Öl angeblich. Aber es gibt Öl. Also Erze werden wir auf jeden ausprobieren, weil ich das letzte Mal nicht gemacht habe. Statt Holz holen wir uns dann Erze. Aber Öl gibt es ja gar nicht, ne? Ah, doch, hier. Oh, oh, verdammt. Das ist das bisschen Öl, das wir haben. Ach, Öl ist nix gut. Das ist ja, das ist ja wenig bis gar nichts. Hm, und da hinten gibt es das noch. Das heißt, wir könnten die Stadt hier hin bauen. Ne, in die Richtung rauswachsen lassen und hier können wir dann Öl akquirieren. Wir haben uns aber jetzt schon ein bisschen in die Richtung gebaut. Gibt es da hinten denn auch Erze? Da hinten gibt es jede Menge Erze. Hier gibt es Erze. Ich meine, wir könnten hier Schluss machen. Und hier das Öl dann akquirieren. Ja, da gibt es da hinten gar keine Erze. Das bisschen Öl an Dingen und das war's, ne? Mehr gibt es da gar nicht. Und hier dann halt. Öl hätte ich schon Bock drauf. Aber es ist nicht so wichtig. Erze sieht cool aus. Das wäre, das finde ich interessant. So, okay. Wie viel fehlt denn noch zu einer Stadt? Also Stadt, Stadt, ne? Okay. Also es fehlen noch 600 Dudes. Und Judetten. Und wir haben ja noch Platz, ne? So ist es nicht. Sollte also passen. Und dann gibt es. So, das wären keine Äpfel, so, die Orangenen. So. Noch irgendwas Interessantes bauen. Ah, Lebensmittelfabrik. Aber die Lebensmittelfabrik braucht irgendeine andere Cross... Cross-Industrie-Technisches. Ja, Papier und Plastik. Limo braucht Glas. Glas wäre jetzt nicht so schlimm, aber wir brauchen ja das Vorkommen dafür. Ach, doch nicht. Ich dachte, das... Ich habe diese Straßen reingeballert. Und ich glaube, dass es gar nicht so verkehrt war, da so viele Straßen reinzuballern. Aber für die großen Felder bringt das natürlich wenig bis gar nichts. Obst, jetzt habe ich auch ein Screenshot gespeichert. Ja, das könnte keine Bodenfurtbarkeit mehr haben. Mal gucken. Was machen wir mit diesem kleinen Mini-Streifen? Ich meine, wir könnten Silos dahin packen. Das wäre cool. Ähm... Problem ist halt, dass es keinen Nutzen hat. Beziehungsweise... Das würde halt nur die Straßen verstopfen. Gibt es da keinen Pinsel für? H-X-Y-Bottchen. Hi, X-Y-Bottchen. Wir könnten Heizungen bauen, da würden wir die Stromlast bei kälteren Tagen rausnehmen, so wie es jetzt gerade ist. Ähm... Ja, aber ich bin noch nicht so weit, dass... Also ich bin leider noch nicht so weit, dass wir einen Campus bauen können. Aber klar, ja. Das ist das DLC. Aber wir brauchen halt eine Stadt für, ne? Hä? Ich kann es nicht überschreiben. Achso. Ja klar, logisch. Okay, ja. Ja klar. So, jetzt. So. So. Jetzt. So. Dann graden wir mal die... Die Dinge ab. Ich bin grad mit meiner Industrie noch beschäftigt, ne? So. Dann wird auch weniger Strom verbraucht. So. 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 Wir können aus dieser kleinen Siedlung jetzt noch so viel rausquetschen, dass wir... die... eine Stadt bauen können. Äh, ja. Ich bin auch gespannt. Keine Ahnung. so lang. Ich hole mir halt nen dedizierten Platz. Und dann gucken wir mal, ne? So. So. Dass ich halt jetzt noch nicht so weit bin, ne? Ich fang halt für jedes DLC einen neuen Spielstand an. Allzu lange sollte das nicht mehr dauern. Also durch die Industrie haben wir halt genug Geld. zur Verfügung. Um den Campus bauen zu können. Und uns zu unterhalten natürlich. Mal schauen, was das zu Wohnings bringt und alles. Ja, mit dem Winter DLC, der ziemlich nutzlose, der hat leider ja keine, es gibt halt auch noch keine Jahreszeiten in Cities. In Winter DLC haben sie Wärmeleitungen eingeführt und Straßendienste, um den Schnee wegzuschibbern, aber ansonsten war das eher, ja, ich sag mal, sehr, sehr Öl, ne Öl solltest du nicht verbrennen. Wir verbrennen doch kein Öl, Junge. Okay. Ja gut, denn das Winter, den jetzt sehen ich, dann wird es natürlich schwierig. Dann wird es schwierig, okay. Abwasser. Sind wir denn schon wieder soweit? Achso, kein Strom. Okay, das sollte ja jetzt wieder passen. Okay. Es gibt einen kurzen Moment. Okay. 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 Wow. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ha 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 ha! Also wenn sie das dann nicht will, dann weiß man auch nicht, Deunis, dann weiß man auch nicht. Du hast gezeigt, du hast einen richtig langen, ne, einen richtig langen, ein richtig, also so ein Orschi. Okay, mit dem spiele ich auch eigentlich öfters mal. Ähm, ja. Wenn sie dann nicht will, dann weiß sie auch selber schon. Ne. Okay. So, dann machen wir mal ein Autobahnkreuz. Also ein Kreuz, ne, nicht nur, nicht nur ein, äh. Ah nein! Oh Gott! Falsch! Dann können wir das direkt mit den Wänden upgraden. Die werden wir brauchen. Boah, bin ich froh, dass ich sowas nicht machen muss. Keine, äh, keine Werbung machen, nur nicht. Bei mir ist sowieso nix dran. Was kann ich gut zocken? Geil! Mich selbst zu vermarkten. Dürfte schwierig werden. Dürfte schwierig werden. Dürfte schwierig werden. Dürfte schwierig, dass wir für das Industriegebiet, bevor wir jetzt die Stadt, die Stadt, äh, ist halt quasi jetzt schon geplant, ne. Ähm, die Stadt ist jetzt schon geplant, wir müssen jetzt nur noch, äh, anschließen. Wichtig ist, dass die Industrie hier einen eigenen, ähm, einen eigenen, äh, Anschluss an Ding bekommt, an, an, äh, an der Autobahn. Weil das über die, die Stadt zu regeln, pfff, viel Spaß. Oh Gott, falsche Richtung. Eine geht falsch. Okay, die, die geht falsch. Gar keine übertrieben lange Autobahn. So. So, zack. Hier geht's rauf, da geht's runter. So, dann passt die Autobahn auch. I'm King. Easy. Und, äh, Polite Krieger. Viel Dank fürs Brut. Freut mich natürlich. Ich sei gewollt schon dabei. Dank schön. Ich bin kein großer Musiker oder so, aber ein bisschen melodisches Trash Metal krieg ich hin. Hm, kriegt meine, meine Frau auch hin. Sie kriegt auch Trash hin. Habe ich Metal vergessen? Habe ich Metal vergessen? Äh, Trash Metal. Hehehehe. Oh Gott, ich werde getötet. Gut, dass meine Frau nie das, äh, WOD anschaut. Kann ich ein bisschen trocken. Sonst wäre ich jetzt ein bisschen Hackfleisch, meine Freunde. Nur ein bisschen. Oder mein Essen wird gespuckt oder Schlimmeres. Wenn ich morgen nicht mehr lebe, wüsste Bescheid warum. Ja, ich, heute streamen wir weniger. Ah, mir geht's irgendwie nicht gut. Mhm. Wurde vergiftet. Ihr wisst Bescheid. Erzähl dir aber davon nix. Weil ich Spaß gemacht hab. Es war Spaß. Ich schwöre, es war Spaß. Ich komm aus der HC-Punk-Ecke. Alles kann man damit keinen Blumentopf gewinnen. Kann man das nicht? Man muss nur bei den richtigen Ladies anklopfen. Für alles gibt's einen Weg und eine Lösung, mein Freund. Hey, Rek. Was treibt das Rekische Leben so? Hey, King. alles gut so dass eine riesige stadt wird ist das unabdingbar dass wir auf jeden ein paar vorkehrungen treffen um genau um die die ding zu distributieren dass den verkehr das hat so ein autobahn kreuz in der mitte denke ich nicht schlecht ich habe bis jetzt noch nie in so einem großen stil gebaut dass das kein fehler ist dann fest und als zu sagen kannst das essen schmeckt ein wenig nach bittermandel ich habe auch noch spaß gemacht meine frau klimpert auch ich nenne es klimpern liebevoll ich werde immer dafür böse angeguckt wenn ich das sag quatsch ich kann das nicht upgraden hä ich konnte es doch da drüben auch komplett upgraden wieso geht das hier nicht weil bestimmt irgendeine steigung sonst irgendwas das verhindert das ist super also hier drin ist super wichtig ich wir werden den berg wahrscheinlich noch einbetonieren oder wir werden eine neue ebene erschaffen auf dem berg drauf wenn die stadt weiter nach rechts wächst das heißt wir müssen hier hier müsste das autobahnkreuz irgendwo stehen weiter links da kann man hier noch die autobahn durchziehen neu bauen irgendwas wir können es auch einfach dann so lassen wichtig ist seit dass wir die schallschutzwände kriegen für die autobahn weil die mitten in der stadt steht wenn ich sie kleiner machen würde wäre es okay wenn ich sie größer macht geht es nicht hier wird so eine geschossene stadt haben genug genug ich denke vier spurig ist unabdingbar vier spurig ist schon wichtig das wird später wahnsinnig viel verkehr haben so So, dann musst du es einfach ein bisschen manuell anheben und schwuppdiwuppsch, um geht's, ne? Ein bisschen höhere Brücke. Ne, so ist das halt, dann muss sie ein bisschen höher sein. Interessiert sich später sowieso niemanden, ob das jetzt höher oder niedriger ist als drüben. So, genau, und dann brauchen wir hier eine ordentliche Kurve und dann geht's da runter in die entlegensten Winkel der Stadt. Ich denke, dass das Autobahnkreuz da gar nicht so schlecht steht, ne? Ah, ich hab die Richtung verkackt, okay. Alles klar, Dankeschön, LifeSucks, schönen guten Tag. Okay, wir machen das mal so. So, dann ziehen wir da so eine schöne lange Kurve. Ich glaub, die Knutschen wieder in der Mitte, ne? Ah, sieht ganz gut aus, sieht ganz gut aus. Ja, der Abstamm passt sogar. Perfekt. Okay. Ähm, dann würde ich sagen ... Äh, genau. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, okay, so, damit steht die Autobahn, ne, anfangs werden wir quasi jetzt die Autobahn, ähm, so nutzen, wie sie gerade da ist, ne, später werden wir Abzweigungen machen, Untertunneln, das Ganze, ne, vielleicht sogar eine Untertunnel Autobahn bauen und die dann mit einem weiteren Klebart hier wieder drauf führen, das ist so, mal schauen, wie das dann läuft. Ähm, das erste Mal, dass ich eine Stadt tatsächlich vornherein mit Autobahnen plane, ne, ich denke, es ist mal Zeit, nach 150 Stunden Cities mal endlich vorher zu sorgen, dass vorher Infrastruktur da ist, die verhindern könnte, dass man alles umbauen muss. Nach etlichen Stündchen. So, dann ballern wir weiter, hier gibt es keine Abfahrten oder so, so. Genau, ich glaube, wir brauchen auch da keine Abfahrt oder sonst irgendwas. Unsinn, lieber alle Siedereisten, weil es noch eine Zugstrecke ins Zentrum führen muss. Äh, ja, zu Züge, darum kümmere ich mich ja jetzt noch mal gar nicht drum, ne, ne. Okay. Gut, 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 das ist das Zentrum, der Verkehr, wie er rauf und rein fließt, das wird später noch Probleme verursachen, ähm, das muss man dann bekämpfen, sobald, äh, die Problemchen klar werden, ne. Genau, und dann werden wir jetzt erstmal dann hier die Viererstrecke machen, so, gibt's Kache-Style natürlich, wie immer, ist ja klar. Eine schöne, feine Planstadt. Wieso entschuldest du dich, wenn du es trotzdem tust? Entschuldet euch doch nicht dafür, wenn du es trotzdem tust. Eine Straße führt von da, wo du startest, nach dort, wo du damit aufhörst. Ich weiß. Ich hab kurz überlegt, ob du irgendwas anders sagen wolltest, aber ich kann nur dazu sagen, ich weiß. Ist ja egal. Ist ja egal, wie ich sie ziehe, ähm, das Wichtige ist halt nur, dass ich sie dann später dann umdrehe. Also ich achte da eigentlich eher weniger drauf. Ja, genau, so. Ich würde sagen, wir machen es jetzt ein bisschen unorthodox, ja. So ein bisschen eckig, ne. So an die, an die Dinge schon mal ein bisschen angepasst. Normalerweise würde ich jetzt alles, könnte man ein viereckiges Ding durchziehen. Ich denke, das wird natürlich trotzdem passieren, ne, aber... Alles cool. Also, es ist nicht so, als hätte ich, würde ich das, äh, kacke finden, wenn du mir Tipps geben möchtest. Wenn ich das Schaße finden würde, würde ich dir das sagen. Keine Sorge. Aber du kannst so viel schlau meiern, wie du möchtest. Ich erlaube es dir. Cool, oder? Cool. Oh, was? Schlau meiern? Boah, halt's mal. Alter vier. Alles cool. Von meiner Warte aus. Geil, schlau meiern. Ah, da. Das wird, das findet man natürlich, das findet man natürlich richtig gut. Also, Schlau meiern jetzt nicht im negativen Sinne, ne. Nicht so auffassend, sondern... War es jetzt einfach nur salopp ausgedrückt. Ne, das war jetzt einfach nur salopp ausgedrückt, so. So, die Straßen haben sich ein bisschen gebogen, weil die nicht ganz gerade war. So, und dann ziehen wir entsprechend hier die Linie. Reh, war was? Nö, alles cool. Ich hab nur gesagt, du musst dich für Backseat Gaming nicht entschuldigen. Du kannst so viel rumschlau meiern, wie du möchtest, hab ich gesagt. Da hab ich für schlau meiern, äh, dann hab ich geklärt, dass ich schlau meiern nicht negativ meine, sondern halt positiv. Daraufhin hat, äh, Haze gemeint, haha. Äh, geil. Schlau meiern. Kappa. Ohne hallo zu sagen, dieses mühschwein. Ge-Boo! Nicht mal hallo sagen. Aber sich über schlau meiern freuen. Und direkt lostippen. Moment! Zogger! Was machst du da? Das ist nicht cool. He-He-He-He-He-He-He-He-He. Äh, äh. Gut, dass wir uns verstehen. He-He-He. Du Arsch! Mit Ohren! Mit Ohren, hab ich gesagt! So, wir nehmen erstmal jetzt die ersten zwei Linien. Wir müssen es jetzt seit, äh, zwei Jahre, zwei Jahresabständen, müssen wir die Stadt errichten. Damit, äh, wir so eine Art Massensterben verhindern. Letztendlich können wir das weiter ausbauen. Da ist natürlich jetzt ein bisschen... Der ist jetzt nicht so cool. Aber irgendwie müssen wir das halt dann verbinden, ne? Sag ja, ein bisschen... Ich weiche von meinem Muster ab. Normalerweise würde ich das nicht so bauen. Früher war alles besser. Habe ich da gerade sowas genießen? Früher konnte man bei Cities noch richtig die Klappe aufreißen. Das da geht so nicht. Das auch nix. Und so schon gar nicht. Jetzt, wo die Ampel sich richtig einstellen kann, ist so viel möglich. Scheiße, weniger drum... Drumschlau meiern. Kacke. Das, das, so ne, so ne... Als Zuschauer ist das doch die schlimmste Neuerung ever, oder? Weniger, wo man den Streamer drauf hinweisen kann, wie dumm er eigentlich ist. Wie war das eigentlich mit... Ah, neun Uhr Total War. Ja. Prinzipiell, ja. Eigentlich war geplant ab neun Uhr Total War. Dann habe ich Animes heute Nacht geguckt. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Bock auf Total War. Deswegen wird es heute wieder eine Total War Pause geben. Bevor wir heute Morgen weitermachen. Ehrlich gesagt. Keine Lust auf Todelwo. Wer sagt, dass das... Dass da Ampeln hinkommen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht spielen wir doch noch heute Abend darüber. Aber ich kann sagen, dass wir wahrscheinlich heute nicht ganz so lange streamen. Mit ganz so lange meine ich so, keine Ahnung, 20 Uhr oder so. Da kann ich gemütlich noch ein bisschen was anschauen. Und pünktlich um 8 ins Bett gehen, endlich mal. So, dass wir wirklich morgen mal ein bisschen was zu Rande kriegen. Dass wir morgen früh starten können. Samstag und Sonntag früh starten können. Wir müssen so einen 32-Stunden-Stream am Wochenende machen. Einer von vielen. Wir müssen da ein bisschen was aufarbeiten. Wir müssen da ein bisschen was machen. Und nicht komplett weg-tiltet. Muss doch eine Durchzugsfunktion verbaut haben. Wie meinst du? Wieso weg-tilten? So, was soll ich schon mal so heftig... So was heftiges hinbauen? 2400 Unterhalt ist schon heftig. Ich mein, wir haben das Geld. Ich mein, wir könnten erstmal eine Arztpraxis hinstellen. Ähm... Eine Feuerwehr, eine Polizei... Ne, erstmal diese kleinen Dinger. Das sollte erstmal reichen. Ich... Ich weiß nicht, wie du meinst. Ich... Ich... Ich rage eigentlich nie. Sowas kenne ich gar nicht. Was ist dieses Ragen? Kann man das essen? Ich... Ich habe keine Ahnung, wen du meinst. Hätte ich gesagt. Was ist das? Was ist denn Ragen? Ne, du... Keine Ahnung. Leider weiß ich nicht, was du meinst. So... Na, die Freischule hat irgendwie mehr Radius. Wäre Rage nicht irgend... War Rage nicht irgend so ein Spiel? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ich werde eigentlich nie sauer beim Spielen. Aber ich bin echt eine sehr ausgewogene Person. Ähm... Aggressionen... Kenne ich nicht, ne? Was sind diese Aggressionen? Kann man das essen? Wie er wieder lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü verarbeiten wir heute ein bisschen angenehmer. Du Schlingel. Ihr seid alle Schlingel. Das wisst ihr ja, ne? Ihr seid alle Schlingel. Haufe ich dauernd an Sachen zu erinnern, die ich irgendwann irgendwie versprochen habe. Dann fühle ich mich immer schlecht, wenn ich es nicht einhalte. So kann ich gemütlich durchs Leben spazieren. Und dann sagst du, ja, Zocker, wolltest du nicht irgendwie das machen und das? Und dann fühle ich mich wieder kacke. Na toll, dankeschön dafür. Dann muss ich doch das versprochene einhalten, anstatt irgendwas zu spielen. Wo ich grad grad drauf Bock hab. Mensch! Ähm, nee. Nee, ich hab Stoneheart gar nicht mehr geschaut. Wann denn? Also, in letzter Zeit kommt da super viel raus. Bin super beschäftigt. Nee, grad so, dass wir jetzt in eine Partie Cities reinschmeißen. Jetzt steht eigentlich noch Three Kingdoms, äh... Three Kingdoms steht halt an, ähm, dass ich jetzt dann spielen muss. Nicht jetzt dann, aber... die Tage. Ansonsten werde ich noch irgendwann gelüncht. Von einem Mob. Ich mieses Schwein. Achso. Ja, ich meine, das könnten wir hier ausbauen. Ah! Aha! So. Ah Gott! Irgendwann spiele ich's. Irgendwann. In nahe Zukunft. Die 1-2 Stunden Monstern, da waren auch echt schlimm. Kam ein wie 10 Stunden vor. Ja, ja, also. Das war auch... Das wär ja crazy, ne? Wenn man versprechen würde, nur 2 Stunden... 2 Stündchen zu spielen. Und dann, oh, plötzlich werden direkt 10 Stunden gespielt. Ne? Das... Das... Das wär ja frech. Das wär echt frech. Ne? Gott sei Dank, äh... Hat... Hat dieser Dude, ne? Der hat Integrität, ne? Der weiß... Ne? Die Leute... Du hast... Man hat's versprochen, ne? Und er weiß... Ne? Er hält... Man hält's... Man weiß immer, ne? Er hält sich 100% an. Das, was er sagt. Das find ich immer wieder klasse. Von wem reden wir eigentlich? Von mir? Ne. Ne. Äh... Ihr seid völlig falsch gewickelt. Hm... So... Wir müssen Industrie erweitern. Nur einen kleinen Tacken. Wir müssen noch einen Streifen reinballern. Oh, null Einheiten pro Woche. Ach Gott, das Ding produziert nur 1700. Obwohl voll... Oh Gott, okay. Dann kehren wir das direkt. Das ist lustig. Wofür braucht er eigentlich... Die Viehweide hat ja eigentlich auch... Nutzt auch Vorkommen. Aber es nutzt ja dann auch Weizen. Wofür gibt's das? Ey, ich verlange Verstrafung für Nicht-Eingehaltenes. Immerhin bezahle ich hier. Freiwillig. Ist doch nicht so, dass du bezahlen müsstest. Um mal ganz gemein zu sein. Wenn man das nicht möchte, sollte man das doch nicht hören. Ja, aber... Ja, Bestrafung. Ja, schwierig. Das ist halt mein Streaming-Stil. Das ist halt... Ihr wisst ja, wie es läuft. Ist ja jetzt nichts Neues. Gott sei Dank nicht. Deswegen kann ich das ja machen. Gebau! Ja! Ja, gut. Ich versuch's in Zukunft mehr zu halten. Okay? Deal, deal. Wir können auch schauen, dass wir am Wochenende... Direkt Rage mal durchpowern. Auch, dass wir das Thema auch abhaken. Und... Days Gone müssen wir auch irgendwann nochmal durchackern. Aber... Die Chance, dass wir es machen, ist denkbar gering. Ist denkbar gering. I'm super sorry, dass ich bin, wer ich bin. Glaubt mir das. Ich will halt... Zumeist 100% geben. Und das kann ich nur, wenn ich halt auf die Spiele Bock hab. Nicht mehr und nicht weniger erwarte ich von mir. Ähm... Obst. Ich mein, wir könnten noch, äh... Ja, die großen Viehweiden könnten wir noch haben. Lärmbelästigung. Wer kennt's nicht? Mal kurz schnell zu den Kühen rübergehen und denen das Maul stopfen. Weil die so laut sind und man nicht schlafen kann. Hä, 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 hä. Äh... Äh... Kimbo! Äh... Äh... So langsam, ne? So langsam. So, dann brauchen wir eine dritte Pumpe, ey. Ey, ich würde was dafür geben. Ne... Ein Addon, ein Addon, ein DLC, was auch immer. Wir haben super viel Müll zumal natürlich jetzt hat, äh, auch die Stadt hinzukommt, ne? Wobei ich bei der Stadt jetzt erstmal sagen würde, äh, Müll kommt hier hin. Also, das reicht halt, das reicht halt never ever hierher, die Müllverarbeitung. Das ist halt, äh, das wär crazy. Wir müssten halt ein dediziertes, äh, Industriegebiet dann machen, ähm, wo wir dann dort den Müll wegschmeißen würden. So, hier. Genau, ja, das reicht halt, das reicht grad so bis hier hinter, obwohl es da angeschlossen ist. Na, trotz Kleeblatt, also... Müllverbrennung. Ach, die Müllverbrennung reicht halt nicht so weit hinter. Und scheiß auf Strom. Kühe schubsen nicht. Denk spontan an Kars. Bis Mitte, weil da kann man doch die Gebäude leveln. Gut. Wie man kein Gebäude leveln. Hä? Wie man kein Gebäude leveln. Definiere leveln. Ich will sie erweitern, nicht leveln. Universität. Okay, ist das da mit dem neuen DLC oder was meinst du da genau? Apropos Universität. Aha. Okay, vielleicht hab ich mich einfach noch zu früh beschwert. Ist ja auch nur ein Wunsch, ne? Direkte Beschwerde war's ja nicht. Hey, Gibi! Geil, dass du jetzt öfters reinschaust. Wäre schön, wenn du auch mal da bleiben würdest. Mann! Ich brauch die Klicks. Was? Ich hab heute nachgeträumt, dass ich 100.000 Zuschauer hatte. Das musste ich erfüllen irgendwann. Ich brauch die Klicks, Mann. Scheiß mal auf real life. Sagen wir mal hier unterwegs. Große Fünnwald. Gibt's denn das? Endlich ein Spiel, das ich mag. Wie viele Spiele magst du denn? Zwei oder was? Bildung. Campus, Gelände, Berufs... Ach du Scheiße. Was ist das denn? Besitzt du dir ein Campus, Gelände, Berufsschule? Achso, ich muss den Platz erstmal ausweisen, oder was? Okay, dann machen wir erstmal zwei... Zwei Geländearten. Ups, sorry. Dann machen wir erstmal zwei Geländearten. Links. Die doofe Berufsschule. Ich plan mal das ein. Und rechts. Äh, die Streber. Die Technik-Nerds. Schauen wir mal. So. Und dann müssen wir sagen, hey, du bist das und du bist das, oder? Äh, Bildung. Aber, 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 mir ist man ja wichtig. Raus. Einfach nur raus hier. Verzieh dich aus meinem Stream. Gepo. 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 Real life ist wichtig. Kommen gleich rüber. Tch. Unfassbar. 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 So, erhöhen wir direkt mal die Steuern. Äh, was brauche ich denn jetzt dafür? Besitzt ihr ein Campus-Gelände-Gerufsschule? Kann ich das irgendwo hinzufügen? Und wie sag ich, dass das Berufsschule ist? Oh, ist bereits belegt. Hä? Okay, dann machen wir einen kleinen Weg da weg. So mittig. Mal jetzt Realtalk, ne? Realtalk, ne? So ein neumodisches Wort. Könnt kotzen. Was sagt ihr zu unseren Emotes? Hättet ihr gern ein gewisses spezifisches Emote? Also ich überlege gerade, dass wir, dass, äh, dass unser Brenn-Emote, dass wir, dass ich's rauslösch. Und, äh, ich bin am überlegen, was wir stattdessen reintun. Die Frage ist, was, was stattdessen reingehört. Schwimmzentrum, Technologie-Museen. Erwärten jetzt noch, äh, Geisteswissenschaften und Unigi. Bewusstschule, okay. So, dann brauchen wir natürlich Strom. Reicht natürlich nicht. Dann brauchen wir eine Heizung. Ich glaube, dass das Geld nicht dafür ausreichen wird. Ich hab da so ein gutes Gefühl dabei. Hm. Okay, so. Berufsschul-Schlafzahlen. Mm-hmm. Ey, Kiwi, alles okay. Das ist ein Scherz. Was du machst, oder was... Wofür du denn hier bist, das ist immer... Es ist immer noch eure Sache. Scheiß da auf mich. Ich bin super unwichtig. Ihr müsst euch weder rechtfertigen, noch sonst irgendetwas. Ich bin mitunter die unwichtigste Person in eurem Leben. Bin nur ein Random-Dude, der Random-Stuff im Internet naht. So. Würde ich sagen, wir machen das so. Okay, und dann bauen wir dort unser erstes Wohnheim hin. Das Problem ist aber... Das passt halt von der Größe doch nicht so wirklich rein. Okay, der Leersaal passt aber hin. Okay. 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 So, dann haben wir unser erstes, kleines, feines Campusleinchen. So, dann brauchen wir noch mal, wie so, Heizung. Okay. Also, ja, für unsere Mini-Stadt reicht das auch schon. Mehr brauchen wir nicht. Die Studenten müssen halt jetzt hierher fahren. Aber können dann auch hier direkt wohnen. Das ist eigentlich schon ganz geil. Es gibt aber keine Nachtclubs oder so. Das müssen wir auch noch machen. Wir brauchen hier so eine geile Meile für Nachtaktivitäten. Also, Cara, vielen Dank für den Support. Schön, dass es dir gefällt. Ja, sag immer, ich bin dabei. Dankeschön. Eine kleine Stadt. Zug, Monoway, Eisenbahn, Seilbahn. Plan für Industrieflächen, Hightech-Häuser. Hightech-Häuser. Ich liebe Hightech-Häuser. Wie gesagt, ich hätte gerne einen Sci-Fi-Zukunftsgelöht. Bin das leider schrecklich, dass es das immer noch nicht gibt. Was würde ich für Mega-Mega-Türme geben in diesem Spiel? Scheiß drauf, ob es kopiert wäre. Die könnten das 1 zu 1 kopieren, das System. Ich würde es feiern. Es reicht, dass ich es feiern würde, oder? Oder? Gut. Das ist eine Richtlinie, ne? Hightech-Häuser. Elektroautos. Industrie 4.0 gibt es hier. Das seht ihr gar nicht, ne? Body-Meile. Nachtaktivitäten, ne? Meint wohl, bumsi, bumsi. Verdammt, du kennst mich zu gut, ey. Fuck. Nein, sowas würde ich niemals meinen. Gott, verdammt. Wie geht es zu unserem Campus eigentlich? Ah, 140 Leute. 145 von 500 Studenten. Campus-Attraktivität. Attraktivität. Meine Güte, lernt sprechen, Junge. Eine Polizei-Akademie. Oh, what? Kostet super viel Unterhalt. Aber damit würde ich die Polizei an... Okay, geil. So, bauen wir einen Bücher-Club. Müssen die Attraktivität ein bisschen nach oben ballern. Okay, Polizei-Akademie, die die Polizei erhöht. Geil. So, dann können wir da ein bisschen die Attraktivität nach... Wow! Okay, krass. Diese Nerds, ey. Gott. Wenn du die Sachen fit hast, dann kannst du es leveln. Okay, hier links wird das Karriere-Institut Heidekraut sein. Heidekraut. Ich sehe, wo du denn der. Und rechts wird dann die Fakultät für Geistig... 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 Werke. So, scheiß, ob das jetzt die Unterhaltskosten erhöht... Oha! Aber die Zufriedenheit wächst... Und dadurch bessere Reputationen... Bin ja nicht doof. So! Okay, 2,25. Wann habe ich die Stadt gegründet? Weiß das noch irgendjemand? Und... Ihr seid voll beschäftigt? Voll, voll beschäftigt. Was machen wir denn hier? Heidekraut. Im Folgenden nur noch Universität Ambrosia bekannt. Schlachthäuser. Irgendwas, was massiv Arbeiter frisst. Da haben wir nichts da, ne? Das ist nicht... Okay, ich meine, wir könnten hier natürlich... Das noch erweitern. Das wird uns schon mal ordentlich Arbeitsplätze geben. Nicht im Industriegebiet. Wir erweitern das Industriegebiet. So, allein das wird ja... Wird schon... Äh... Ordentliche... Kapazitäten schaufeln. Und dann ballern wir noch hier... Drei schön hin. Ah, das... Das... Das allein wird schon... Etliche Jobs fressen. So. Allein das frisst schon etliche Jobs. Wir haben halt hier dann noch Platz. Das heißt, wir könnten das... Das Dorf... Das Dörfle... Könnten wir hier rauswachsen lassen. Ja? In die Richtung. Dann könnten wir hier... Das hier so beenden. Und hier dann anfangen, das Öl zu schürfen. Pumpen. Ich meinte Pumpen. So. Okay. Okay. Okay, wir haben 300 Studenten. Okay, krass. Die Studiengebühren sind ein bisschen astronomisch. So, wir killen den Uni-Arzt. Schwupp. Schon rentiert sich dieser Campus. Gesundheit. Haha. Oh. 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 Okay, dann gibt's noch Universitäts-Sport. Was ist das denn? Was? 150.000? Ja, nee. Ist klar. Okay. Ich will halt warten, bis wir dann weitere Gebäude freischalten. Ich meine, wir könnten noch ein zweites... Weiteres Schlafsaal... Einen weiteren Schlafsaal bauen. Ne? Ja. 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 Ich glaube, das müssen wir dann ein bisschen verschieben. So. Ich glaube, das müssen wir dann noch einen Tacken verschieben. Ne? Das ist gut. Eher müssten wir das hier so ein bisschen näher heranschieben. Achso. Das geht nicht. Okay. Dann schieben wir das ein bisschen weiter nach oben. Und dann können wir das da hinterher machen. Nein, Quatsch. Warum sollte ich für Einnahmen eine Mod haben? Bin ich doof? Dann kann ich direkt aufhören und das Spiel deinstallieren. Wenn man die Attacker kennen sehen. Hier sind angeblich... Angeblich sind hier 300 Studenten. Ich sehe nicht einen. Ist ein bisschen traurig, ne? Ich sehe nicht einen Studenten. Okay. Öl-Öl-Schürfen. Okay, gut. Ich bring die Spitzhacke mit. Wo liegt die Leitung? Äh, da. Da und da. Leg los, jung. Leg los. Da musst du aufpassen. Da ist... Da liegt Druck drauf. Oh Gott. No. Äh... Zu viel Mehl. Das hatte ich befürchtet. Das hatte ich befürchtet. Und... Also wir bauen mal jetzt... Eine große Scheune. Eher so ein Silo. Hinten dran, ne? So, hier mit Style. So. Achso, die sind für Nutzpflanzen. See? Vielen Dank. Das meine ich halt. Die Lagersysteme, die sorgen nur dafür, dass viel zu viel Chaos entsteht. Zu viel Verkehr. Ist ja noch hell. Ich habe zwei studierende Töchter. Bei Helligkeit sieht man die nicht. Okay. Ja komm, vergiss es. Weg damit. Das macht ja gar keinen Sinn. Exportiert die Scheiße und gut ist. Ich wollte eigentlich nur einen Lagerplatz bauen für Mehl. Brauchen die eigentlich Vorkommen? Die Produkte werden nicht gekauft. Was mache ich denn damit? Ich könnte die weiterverarbeiten, aber das geht halt nicht. Hier wird im Viehstall wird Fleisch hergestellt. In Melkstern wird Fleisch hergestellt. Im Schlachthaus wird Fleisch hergestellt. Also ich habe zu viele Produkte. Ja gut, ich würde es jetzt einfach mal so lassen. Ich meine, da kommt ja noch Zeugs hinzu. Das Wichtige ist, dass wir jetzt noch mehr Varianz bauen. Ach ja, genau. Das sind ja Hochlandrinder. Ich kann da ein paar Schweine machen. So, und dann kommen hier ein paar Schafe hin. Dann machen wir drei Schweine, drei Schafe. Und dann sollte das ja eigentlich passen. Genau. Ach so, ja, das sind ja auch nur Tierprodukte. Mal schauen, ob es... Ja, nee, das ist... Okay, das war doof. Okay, ja, das ist einfach eine Verschwendung von Ressourcen. Ja, das ist halt ein Problem. Tatsächlich. Die sehen das nicht als einzeln an. Sondern das sind alles Nutzpflanzen. That logic. Okay, aber mit Nutzpflanzen können wir noch was anstellen. Das heißt, wir könnten noch einen kleinen Streifen hinballern. Okay, nee, hier macht das ja gar keinen Sinn. Dann schauen wir, dass wir da noch ein bisschen was hinballern. Wir bräuchten dann halt auch die ersten Hightech-Bürogebäude. So, ja, Kartoffeln, das war's schon. War lang war da Kartoffel hin? Was, 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 was? Wieso, was, hä? Kriminalitätsrate ist so hoch. Wusste nicht, dass man auch bei den Landwirtschaftsgebäuden irgendwas klauen könnte. So, abwassern. Klar kann man klauen, aber ist halt super dumm. Außer natürlich, man hätte kein Geld. So, okay. 2,26. Ich denke, wir sollten soweit sein, die nächste Welle an Gebäuden loszutreten. So, okay. Mit Terraform und Abwasser kann man ganz so gestorben werden. What the fuck? Warum sollte ich das wollen? Der Universitätssport würde noch dazu führen, dass sie das noch geiler fänden, dort zu studieren. Machen wir mal den Schwimmclub. What? Was ist das für ein riesiges Schwimmding? Oh mein Gott. Das ist ja größer als der ganze Campus. Den bauen wir erstmal nicht im Scheiß drauf. Meine Fresse. Meine Fresse. Das ist die Logik, ey, manchmal in diesem Spiel. Manchmal könnte ich einfach nur mit diesem Bauding kratzen. Ein Rework an hier und da. An manchen Stellen könnten dem Spiel echt mal gut werden. Ich stelle dich das mal für... Äh, lockst du da nicht an? Dankeschön. Ich seh' da Menschen. Ich seh' da Menschen. Studienjahrbericht. Akademisches Werk. Plus eins. 700 Studenten. Campus Aktivität 180. Oh, wow. Hut und Feder. Wow. Geil. Und ich hab jetzt extra noch mal ein Wohnheim gebaut. Das hätte ich mir schenken können. So. Okay. Dann. Ähm. Ähm. Dann. Also. okay das ding da also es gibt zu wenig strom okay darum kümmern wir uns sofort sobald ich hier fertig bin ja das bescheidene straßensystem macht mir immer wieder so schöne strich durch die rechnung das am besten machen wir das so dass wir das ein bisschen raus bauen ich finde es gar nicht so verkehrt dass es da hinten sich zusammen führt die straße dann könnte man dahinten vielleicht noch irgendwas interessantes hinbauen okay er nimmt die komplette straße die anpunkte dann müssen wir das doch anders machen okay ich habe die straße die dinge so ich hoffe da hat sich das jetzt gemerkt wie bei der anderen straße auch müssen erstens im erstsemester sein wir haben das studienleben noch nicht so drin du meinst zu wenig party das funktioniert doch nicht so dass ich das hier so ein bisschen zusammenführen kann finde ich klasse nicht okay gut dann geht es wohl nur dann geht es wohl nur kastenförmig finde ich kacke aber wenn das bausystem ist nicht zulässtern lässt das bausystem ist nicht zu na so ist das sind das die bäume da an dem wegesrand sieht nicht so aus ich wollte diese lücke hier füllen aber offensichtlich müssen wir uns da was besseres einfallen lassen okay so strom ähm geothermie ich wollte noch das hausmeistereigebäude bauen wir werden diese mittlere straße kehren brauchen wir nicht genau das sollte später so ein bisschen verwaschen die linien müssen wir mal schauen ob wir das dann mit straßen machen oder so so dass das hat ein riesiger campus ist quasi das sieht überall fehl am platz aus ey so dann bauen wir das mal hier hin und dann schauen wir mal wie wir das am dürfsten machen 750 studenten von 500 okay jetzt geht's ab ähm ja ja man kann schon das erste richtig riesige campus gebäude bauen ich meine jetzt lohnt sich's halt ne ja äh da Schule Wege zack 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 da machen wir das hier noch zack zack geht natürlich nichts es ist genau gleich groß aber den ich meine ich könnte das drehen ne das könnten wir dann jetzt so machen an das ding hier dran so ne dann drehen wir das ganze und dann könnten wir das da vielleicht dahin bauen den weg natürlich nicht so dadurch entsteht hier rechts links natürlich ein riesiger streifen ne die hausmeisterei kriege ich da nicht hin ne okay wäre natürlich cool gewesen aber wohl gut schon yes jetzt kriege ich es hin sehr gut okay gut 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 schön schön so und dann bauen wir das erste richtig riesige äh die riesige fakultät hin die uns irgendwas bringt ne die polizeiakademie das erste gebäude das uns irgendwie etwas bringt so das ist riesig okay also man braucht richtig viel platz natürlich doof jetzt dass der dude nicht da ist der das hätte gerne wissen wollen man braucht platz viel platz hey es laufen zehn menschen hier rum crazy der ist ja verrückt campus attraktivität gib ihm hä studenten 760 von 500 achso für das nächste level okay ich dachte schon okay wir haben also gut okay wir hatten nicht zu wenig platz für die studenten sondern fürs nächste level haben wir genug erreicht hey wir sehnte mein Freund ach Gott ich würde jetzt noch eine Vanillekola trinken aber das ist ja die dritte heute und die Sauerei ich habe heute 20 Minuten damit verwendet Cola Dosen auszupacken und sie sauer zu machen da werde ich auch nochmal ein ernstes Wörtchen mit dem Dude reden der die scheiße verkauft und ihm sagen dass er seine scheiß Produkte besser verpacken soll wenn ich dafür sieben Euro zahle nicht genügend Verkaufswaren was sollte das heißen mehr Industriegebiete stimmt ich habe ja nur zwei Industriegebiete äh eins ich habe ein Industriegebiet und das stellt Agrarprodukte her also entweder wir bauen Erze oder Öl ab abbauen Öl geil das German meine Freunde das German sooo ja wenn wir das machen wenn wir das machen dann müssen wir das anbinden so ein bisschen ne wegen dem Verkehr sonst Explosion Campus Gelände Geisteswissenschaften Gas Dozent mhm 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 Wasseraufbereitung sehr schön sehr schön so dann killen wir das direkt sehr schön so dann killen wir das direkt zack soo 160 Kubik 120 das heißt wir brauchen zwei zwei sogar drei sogar drei glaube ich wir wollen rein mit das Gülle ok ok also ab was zur Aufklärung passt so wir brauchen mehr Industrie äh die Studenten sind jetzt soweit äh versorgt ne äh wir brauchen Industrie und ich denke um äh in den schönen Bürokomplex kommen wir nicht rum da kommen wir nicht rum da kommen wir nicht rum tja jetzt ärgere ich mich über eine gewisse Sache weil mir die Idee gerade gekommen ist wer mit dem den der geförte ne die 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 we die das ist ne die Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, was für eine Verschwendung von Straßengeldern, aber okay. So, und das gleiche werden wir dann hier machen. Auch hier gibt es eine fette Straße, die unterirdisch eingeleitet wird. So, und dann wird es hier plangenau, Rechteck für Rechteck, Bürogebäude geben. So, und dann werden wir natürlich anfangen. Zack, zack, zack. Ich muss halt für meine smarten Dudes irgendwas anbieten. Ihr könnt natürlich die Industrie umstellen. Ähm, das müssen wir später dann auch tun, sobald dann anfängt die Industrie weg zu sterben. Ähm, da müssen wir sie dann nach 4.0 umstellen, wenn die meisten Leute eine Bildung besitzen. Aber momentan brauchen halt die Leute noch einen Job, ne? Die, die, äh, nicht jetzt unbedingt eine Bildung genossen haben. So, ich hoffe, dass das ein Aufschrei war für eben, äh, den Anfang unserer IT-Branchen. So, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Okay, dann, ähm... Ja, nee. Also, IT-Cluster sehen aber, glaub ich, ganz cool aus. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie IT-Cluster aussehen. Ich glaub, die sehen ganz cool aus, aber die können nicht so hoch steigen. Vom Rang her. So, ich glaube, das war's. ok dann schließen wir den chip mal an so genau heizung gut so kalt wird es anscheinend nicht dass super viel geheizt wird wenn immer noch nur 21 megawatt verwendet wird mein dadurch sparen wir uns strom ist jetzt nicht so dass wir uns nichts deutlich sparen das ist ein riesiges büroding also wir müssen mal schauen ob die gebäude das wert sind so it ist im start industrie genau wir brauchen öl erze oder sonst irgendwas jetzt sogar forstwirtschaft müssen mal gucken ich wollte auf jeden öl haben und ich wollte eigentlich auch gerne erz haben okay da hinten können wir erz akquirieren da wird das so ein bisschen so längs und dann holen wir uns hier einen riesigen block vielleicht machen wir machen wir uns einfach hier dann so das zeugs hier mal schauen aber allein das welt hat kaum bau gegründet das fällt hier aber dann können wir den campus weiter raus wachsen lassen das wäre schon sinnvoll wenn wir das hier kaufen würden 1 2 3 einen berg rein noch müssen mal schauen ok so industrie dafür müssen wir die autobahn anpassen wir bauen eine direkte autobahnverbindung zum industriegebiet super wichtig als das dlc rauskam habe ich industrie gebaut ohne autobahn anbindung ihr könnt euch das verkehrschaos mit einer stadt und einem größeren industriegebiet könnt ihr euch vorstellen aber ich habe unterschätzt wie viele wie viele lkw es dadurch entsteht dass man da so einfach so dass man da halt ein industriegebiet hin klatscht das ist absurd ich kann leider das nicht mehr abweißen das heißt es muss so sein könnte ich nicht einfach wir könnten einfach das da machen wir könnten das einfach so hin doktoren ja so so wir doktoren das so hin so hoch ins industriegebiet und dann killen wir unten die straßen die brücken zuteil da sollen wir die schönen anfangsbrücken und dann ziehen wir die autobahn quasi so ein bisschen durch so ich fürchte ich muss die brücken noch ein bisschen einschneiden es wird nicht die schönste autobahn das kann ich euch versprechen sie war ja der schluss ist ein bisschen verkehrt und die kurve ja ich weiß danke was sagst du eigentlich zucker aber gerade zurzeit wollen wir dann auch langsam zu total war wechseln ist das ein deal wäre das ein deal wir könnten langsam aber sicher zu total war wechseln ich meine wir hätten die tage noch genug zeit sind wir ehrlich wir müssen grundlegend da was verändern ansonsten ok so schlecht sieht es nicht aus genau das ist so ein überschlagen das das so gut hinkrieg in der vorlage deswegen benutze ich die vorlagen man kriegt das halt nie so gut hin man kriegt das halt nie so gut hin wie das in den vorlagen aussieht was ist das eigentlich da für ein krüppeliges älteres was ist das eigentlich da für ein krüppeliges älteres und feine fantasy 14 oder was ja wird eher eine zweckmäßige autobahn war also ich kann das ich kann autobahn nicht ziehen das ach gott das ist mir auch gerade wirklich völlig late macchiato ne ähm ist das jetzt die niedrigere oder die höhere autobahn also nichts was darauf okay hey fricker admin kommst du ein bisschen spät ich würde dann jetzt dann mit total war beginnen nachdem sich schon lautheits beschwert wurde dass ich sie spiele und kein total war fühle ich mich gezwungen dass ich mein versprechen einlöst und dass wir dann dinge spielen hat das geht auch so geht das dann hier nicht das ist eigentlich egal dann ist es ein gott das jetzt nicht so scheiße aus im vergleich zu dem ist es nur ein bisschen das kreuz ist ein bisschen weit hinten ich denke das ist aber okay dann das kann man das kann man schon verkraften so grund darauf genau genau so das genau richtig nur ich muss jetzt ein bisschen umdrehen du bist doch nicht lang dabei ich habe ich bin alles ich spiele alles gut okay außer einige paradox ausnahmen einige fast alle spieler nur cities und solaris alles andere ist mit zu viel zu viel management zu wenig zu wenig gameplay hat er gerade gesagt zu viel management zu wenig gameplay oh gott holt die missgabeln raus okay ist jetzt muss er brennen dafür muss er einfach brennen dieses dreckige miese schwein dafür wird er brennen in der hölle schmorgen wird dieses miese schwein schön gebrauch minderung geld haben wir dafür ne campus kam raus und ich wollte es ausprobieren habe sollte ausprobiert bis jetzt war es bietet immerhin jetzt endlich etwas was ich mir schon lange gewünscht habe in der möglichkeit etwas abzubringen anscheinend kann man mit gewissen mit gewissen fakultäten kann man kann man anscheinend dinger boosten die polizei zum beispiel kann man damit boosten finde ich sehr gut dass man die kapazitäten damit erhöht sogar abwechseln muss sein nach 50 stunden wird gern mal was an gerne etwas anderes zocken wie meinst alles cool alles cool du hast ja komplett recht das ist das was ein ärgerlich ist ich habe eine riesen fresse und denke ich dann morgen oder morgen denke ich mir so okay okay das wäre auch mal nicht schlecht zu spielen und dann schaue ich halt doof da bin ich halt einfach selber schuld ist das problem weißt du das ist halt du hast ja komplett recht wenn du ja nicht recht hätte ist dann dann wäre das ja nicht 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 ding weißt du ich habe es ja gesagt dass ich es tue also hast du zu recht gesagt tut was ist da denn los ich dachte das und das kommt ist ja komplett 100 prozent hast du recht ich habe es gesagt also tun wir es und ich spiele immer das was ich möchte ich spiele immer das was ich möchte so schaust du immer aus ich schaue mir jeden morgen spielen an und das ist nicht mehr doof sondern einfach nur hässlich sind wir mal ehrlich auf das runter zu spielen ich spiele doch immer was ich will ich spiele doch immer das was ich will oder kennst du mich anders ich habe sogar eine gewisse kooperation beendet weil es mir nicht gefallen hat so weit gehe ich ich spiele immer das was ich will nicht hässlich aber du könntest kippt aber du könntest du mir etwas bad machen lassen die ihr etwas bad machen müssen bad machen lassen du willst dass ich mein bad abrasieren er muss jetzt die 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 krise die die krisse kurbel zeit muss überstehen habe ich ein richtig der plan ist so lange wie ich halt denke dass irgendwann einfach nur kacke ist nicht abrasieren sondern ein leichtathletik stadion das problem ist dass die stadion super riesig sind schaut euch das an lul also okay das muss ja gar nicht das war ein dis ne aber die frage ist in die weiten dis muss überlegen ich bin super müde ey wie wurde ich noch mal gedisst ich habe vergesst was ich gesagt habe ich habe keine ahnung wie du mich gedisst hast keine ahnung ich weiß es nicht wie hast du mich gedisst trimmen achso nee das wird ein gandalf gandalf bad der wird einfach so lange wachsen bis bis nicht mehr geht und noch viel länger also mindestens bis weihnachten lasse ich ihn stehen vorausgesetzt im sommer killt er mich nicht wenn er mich im sommer killt wird er abrasiert das werde ich dir jetzt nicht auf die nase binden und versuch werden oder scheiße gott jetzt habe ich das gebäude auf verkackt danke dafür und wer ist schuld gar aber ist schuld dankeschön dafür fanclub unterstützung öte sich schausten bei ham auswärts spielen um sieben prozent kosten 180 credits pro woche und arena auf dem campus erhöht die ansatz der zuschauer in den arenen kostet seine c okay ich würde sagen fanclub ist auf jeden meine freundin meine meine frau kann meine frau kann nicht mit mir schluss machen die ist mit mir verheiratet schluss machen würde bedeuten so müsste ich von mir scheiden lassen das könnte sie machen aber sie hat sich nicht beschwert bis jetzt die ströme richtig ins stadion jetzt geht's ab unterhaltung scheidung ist teuer ich habe kein geld alles was ich besitze ist mein pc und hier gibt es nichts zu holen ein plan trader was ist neu der campus ist neu hier sind mehr leute als auf dem campus was soll ich dazu sagen campus tot der campus ist neu die schule quasi ich bräuchte noch ein akademisches werk um dass das so erhöhen wir noch das lehrpunkt lehrpersonal und gastdozent stellen wir direkt auch noch ein kostet gerade nicht unmengen an cash das wird unsere repräsentation steigern genau jetzt habe ich doppel chancen einmal das stipendium und einmal dann das lehrpersonal junta zocker wenn du nichts hast ist pc weg ja wie gesagt bei mir gibt es nichts zu holen die frau sich ziemlich sicher mich zu behalten fragt aber mich nicht warum hat mich nicht warum okay das frisst uns jetzt gerade natürlich auf ich würde sagen machen wir mal 10k ich meine ich verdiene echt gut aber nicht so gut dass wir geld verbrennen können was geht es dir das übel des freireten mannes der noch ein drittel besitzt wenn er glück hat ja genau darum wir hatten das thema kurz angeschnitten ich weiß noch gar nicht mehr warum also weil meine frau nicht schluss machen kann sondern nur mich schalten sich von mir scheiden lassen könnte genau habe ich gesagt ich besitze nichts ich bin die meinung des sprechers zum spiel universum dein bad die hälfte des hauses wir haben kein haus bis denkst du ich bin reich in 26 doch kein haus schön wäre es wenn ich ein haus hätte dann würde ich ein großes haus bauen und direkt meine eltern zu mir holen wenn ich ein haus baue dann plane ich den den einzug meiner eltern direkt mit ein dort was ich habe doch ich habe doch getunnelt bis willst du nehmen kein geld für den tunnel nice 26 da bist schon zwei kinder ein hund und ein haus da sein ja ein hund also ihr kennt mich seid ihr wahnsinnig ein hund erkennt ihr mich nicht schon langsam ein hund kinder keine ahnung ich weiß nicht kindern nee kindern nee und sagen wie soll ich negative einnahmen ach so war die industrie okay genau also ich werde jetzt so eine untertunnelung und dort werde ich das jetzt ein bisschen aufteilen dass die nicht komplett durchfahren müssen zum dorthin fahren ich schätze sie werden aber jetzt dann die tunnel dann 100 prozent benutzen das ist natürlich ein problem da müsste mal schauen genau das will ich eigentlich nehme ich nicht vielleicht machen wir dann quasi eine ab und eine auffahrt er würde nicht verhungern nicht verlust nur die immer deine reste geben würdest aber der hund für nie das würde nie das tageslicht sehen 40 kann er hatte bei mir zu hause eine frauenstadt die lieber spaß hat und keine komplette für die ich sorgen muss gleich glücklich ich habe neben also man braucht keine kinder um glücklich zu sein und ich denke sollten wir sollten wir unsere meinung beibehalten dann wird es auch keine geben das ist eine entscheidung die man hat trifft und dann war es das adoptiert wird ohnehin nicht das ist eine entscheidung die muss jeder selbst treffen man ist kein monster wenn man keine kinder hat soweit kommt es noch damit muss man müssen meine eltern leben ich habe noch ein paar andere brüder ich habe noch ein paar andere brüder die können dann für nachwuchs sorgen das passt dann schauen und lieber der coole gaming onkel der auch gerne mal auf eine reise geht oder so und vielleicht einen der drecks gehören für 22 wochen mitnimmt das ist ja dann kann man ja dann auch machen ok gut gut Hab viele Geschwister, können wir uns ein Kind ausleihen und wieder abgeben, wenn ich da genug davon hab. Wie gesagt, man kann auch ein cooler Onkel sein oder so. Das ist halt coole Gaming-Onkel und am Ende, wenn man mal etwas zockt, Multiplayer sagt eins der Kinder zu dir, ich, deine Mutter, haha. Standard Fortnite-Satz. Wird schwierig. Wird schwierig, die Oma zu hoppeln. Ich würde jetzt eiskalt sagen, nicht unmöglich, aber okay. That escalated quickly. Oh Gott, alter F4, lösch dich. Okay. Wie viele Studenten? Wir haben nur 700 Studenten. Aber die Reputations-Level ist halt recht niedrig. So, gib mal Gas. Gib mal Gas. Warum wir heute die Zogger-Schule? Ja, ja, wir sind schwer beschäftigt. So, ja, du magst also... Geh? So, so. Nee, ich mag meine Frau. Boah, okay. Ich hab grad einen Gedanken gehabt, ich darf das nicht aussprechen. Sonst brennt die Bude. Sonst brennt die Bude. Okay. Gut, dass ihr meine Gedanken nicht lesen könnt. Ey, ich hab nur Scheiße im Hirn grad, ey. Das ist nix gut, ey. Man darf übermüdet nicht spielen. Und stream schon gar nicht. So, okay. Ach, Quatsch. Es gibt hier ja gar keine Häuser. Okay, weil die alle noch Shops bauen wollten. Kriegt ihr denn jetzt genug Waren? Ich mein, ich hab Büro angeschlossen. Ich hab eigentlich nur Büros dann geschlossen. Und anscheinend ist das genug. Wir wollen nicht mit dem einen Schmutz zu tun haben, indem du deinen Kopf ausbrütest. Boah. Äh. Ich brüte Gott sei Dank gar nix aus. So weit kommt's denn auch. Kippo! Ich denke, es ist ganz gut so, dass niemand unsere Gedanken lesen kann. Dann hätten wir gesellschaftlich ein paar Probleme. Kippo! Sooo... Sok... Sok... Vielleicht eines Tages. Ich denke, ich erlebe das nicht mehr. Dafür müsst ihr ja theoretisch dann, äh... in der Evolution mit dem Menschen etwas passieren. Ich glaube, das erleben wir nicht mehr. Hope so. Das hätte ungeahnte Auswirkungen auf die Gesellschaft, wenn man plötzlich jeder Gedanken lesen könnte. Oder einige wenige. Ein akademisches Werk! Geil! Sehr schön! 70 zu Studenten! Anerkannt! Reputation! Levelboni! Höhere Studiengebühren! Berufsschul-Sporthalle! Berufsschul-Park! Brunnen! Und Cafeteria! Sooo... Das Krematorium! Packen wir einfach hier hin! Da ist gerade Platz! Sooo... Oh wow! Das habt ihr verdammt schnell aufgebaut! Sooo... Die IT-Cluster sehen halt geil aus! Das Problem wird halt hier sein, ähm... Der Platz, ne? Diese Gebäude sind halt riesig. Aber tragen halt bei weitem nicht so viel wie normale Bürogebäude am Platz. Eine großartige Stadt! Ein Baseballstadion! Yeah! Die Armys und ihr Baseball, ey! Naja, genauso wie auch unser Fußball war. Wie die Einwohner jetzt sich freuen, dass da zwei Krematorien stehen. Ja! Man muss sich auch mal über die kleinen Dinge im Leben folgen. Zum Beispiel, endlich kann ich meine Oma da verbrennen gehen. Klasse! Endlich müffelt die nicht mehr in meiner Bude rum. Ne? Sowas. Du siehst es viel zu... Du siehst es viel zu... Ne? Also... Ist doch... Ist doch schön, dass sie da nicht mehr rummüffelt. Nicht genügend Käufer für Produkte? Ne? Okay, wir haben ein großes Abnahmeproblem. bau die große schule so die bübs dabei ich baue ich baue ich baue bauen 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 lustiger fun fact sollten die politik sein oder so immer jetzt die überwärter abschaffen bitte was bitte was oder kriegt man kopfschmerzen und da kriegt man kopfschmerzen hey na wenn ich das im ort sehe meine freunde meine freunde wir sollten schauen geheimdienst kommen eigentlich diese mod dinger her der geheimdienst ich wollte eigentlich auf die öko abwasseranlage warten und dann nicht wohl nicht drumherum also die gülle der rheinball an sage ich ganz okay so schlimm für solchen ist das noch ja nicht das wasser nur so eine kleine braune kacke spur da man sowas kommt jetzt schon mal vor jetzt nichts ungewöhnliches ab und an wird es hat man braun so dann tragen wir mal den berg ab auch gott nie so sollte es ist sollte ich wollte es gelinde eingeben kletten also ok kletten war das was ich gesucht habe jetzt ist es so ein bisschen ich bin 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 zu viel erde gott dieses erden systeme ich könnte kotzen schaufelt die scheiße irgendwie klar welchen pero los Oh Gott, made my day, ey. Was zur Hölle? Wo kommt das denn her? Oh Gott, ey. Oh Gott, da können wir Kopfschmerzen, ey. Wie ist übel? Ich google Übelkeit Ursachen. Bin wohl schwanger, ich, 24 männerlich, überrascht, aber glücklich. Oh Gott, ey. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich weiß es auch nicht. Ist egal, ob es alt ist oder nicht. Es kam super unerwartet. Ich schaue in den Chat, lese halt das durch. Ich denke mir so, hä, was ist das denn jetzt? Hat WC-Hente vielleicht einfach zu tief mal wieder in den Klo reingeschaut oder so? Und dann kam sowas. Das hat mich einfach mega überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet, als ich in den Chat geguckt habe. Hi, Sexes. Alles fit? Ich bin super müde. Ich habe heute Nachts viel zu viele Anime geguckt. Scheiß Netflix, ey. Netflix zerstört mein Leben. Aber ansonsten passt. Heute kam meine Vanillekola-Lieferung. Bedauerlicherweise war die Vanillekola beschädigt. Und ich musste erstmal schön brav sauber machen. Das war richtig bitter. Może ist es auch vraiment gut. Und dannkach Hat 살�, hey, super zu Vanillekota. Ich hab mich wenig geguckt. Er我要 mal wieder. Jetzt bin ich etwa jedenfalls unter der Klo-Car-U zu diesem geändert. Ich bin Euro. Aber Cost- Ja. Ich bin Vault ein DIS900-K, ALK общiger gracias. Aber eine Minute. Ich habe das Realität zu schwarzen factor. Wenn ich selber nicht beschädigete, mask das Lockkigab, ist es mir ein wichtig caught. So, ich erhöhe das Ganze mal. Cheerleader, äh, gib ihm, ne, gib ihm. Schwimmen, schwimmen, schwimmen ist der neue Sport dieser Stadt. Schwimmen, gib ihm. Einmal gewonnen, einmal verloren. Haha, geil, aber so muss das. Ja, nice. Ja, ja, nicht so nice in dieser scheiß Verpackung, ey. Ein bisschen Plastik hätte er reinballern können. Jetzt habe ich dann durch weichten Karton rumfliegen. Ich frage, für was, für was, was gebe ich so viel Geld aus für den Versand? Da kenne ich auch einen. Ja, ich bin mit meiner Freundin seit zwei Monaten zusammen und sie ist jetzt im dritten Monat schwanger. Wusste gar nicht, dass mein, dass meine Spermen so potent sind. Ja, das ist aber so ein Thema, das muss doch jeder selber wissen, ne? Das ist immer schwierig. Ich freu euch. ... Musik ... So ... Hi, Gnome! So, dann ziehen wir das wieder raus. Ja, wir müssen das jetzt terraforming-technisch ein bisschen anpassen. Irgendwo muss ja die Industrie stehen. Sagen wir es mal so, ne? Irgendwo muss da die Industrie stehen. Mensch, bauen wir wieder was, Zogger! Ja, ich muss es ja irgendwie... Goddammit! Irgendwo muss es ja stehen! Kruzi Fünnwal! Da bricht meine Stimme! Ich sehe tote Menschen! Oh, oh Gott, Gnome! Okay, alles, alles okay? Das ist eigentlich nicht normal, dass man tote Menschen sieht. Ist bei dir alles okay? Bist du ein Medium? Äh... 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 Sind die nicht tot? Also ich... Also ich... Ich lebe noch. Aber bei mir ist alles okay. Alles okay genommen? Ich sollte aufhören, so viel Kappa aus Style zu machen. Als Besucher ist das schon normal. Oder wenn man in der Forensik arbeitet. Das stimmt. Und... Das stimmt. Da hast du den ganzen Tag von Toten umgeben. Äh... Ja... Mir gefällt diese Ansteigerung noch nicht. Aber ich denke, wir werden das jetzt so lassen. Ich ziehe das sogar jetzt ein bisschen raus. Wir werden diese Ansteigerung so ein bisschen lassen. Diesen Huckel, den werden wir jetzt nicht verhindern können. Wir haben nicht viel Öl, ne? Also hier geht nicht so viel Öl. Ein bisschen was natürlich. Ein bisschen was. Aber nicht viel. Öl. So. Kein Geld dafür. Geil! Ach, wer terraformiert auch so viel? Gott! Bau doch endlich mal was! So, wir müssen das so ein bisschen ausweiten hier. Denn es war was schön im Grünen. Nicht im Feld drin. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So, ja. Ja, lass mich einfach nur... So, kleine Ölpumpe, Ölschlamm, Pyrolyseanlage, kleines Rohöltankgelagen. Ja, ist schön. Ey. Wasser angeschlossen, direkt Feuer? Was zur Hölle? Ich glaube, jemand hat was dagegen, dass wir das ganze Ding hier starten. Wie klein ist denn diese Pumpe? Was ist denn das für ein winziges Ding? 5 Frachtlaster und 20 Arbeiter für so ein Ding. 5 Frachtlaster und 20 Arbeiter für so ein Ding. Jetzt hat er Öl importiert, ne? Ey, jawl. Öl, Erdöl. Hä? Pumpe ich nicht Erdöl raus und verarbeite... Okay. Ich denke, ich bin da einfach nur schiefgewickelt. Ich hab ja gar keine Ahnung. So, wir produzieren jetzt richtig Öl. Brandstiftung, ich glaube auch. Waren bestimmt irgendwelche Ökoterroristen. Flieder-Ölprodukte. Jaja, riecht wie Flieder, das Öl. Riecht wie Flieder. So, genau, ich wollte ein neues... Oh, ja, der Boom der Tech-Industrie hat nicht ganz funktioniert. Produzieren die andere Produkte als so ein normales Ding? Dann könnte ich das natürlich Ich würde sagen, wir erweitern den Tech-Bereich natürlich bis hier hinten. So, dann kommen da natürlich auch die Leitungen hin, sofern ich dafür Geld hätte. Habe ich, Gott sei Dank. So, und dann kill ich natürlich ein Teil der Gebäude. So, macht das soweit jetzt keinen Sinn da richtig viel Gebäude zu haben. und da nimmt niemand diese Gebäude Produkte ab. Ja, Lärmbelästigung ist ein Problem. Wir müssten natürlich auch U-Bahn noch bauen. U-Bahn, Monorail. Wir müssten ein bisschen was bauen. Du impidierst kein Öl. Die LKWs müssen nur im Kreisverkehr wenden. Doch, die importieren Öl. Also, vor allem jetzt anfangs importieren die Öl. Wenn es sein muss. schon erlebt. Denke ich mir nicht nur aus. So, wir brauchen mehr Öl. Das reicht nicht an Öl. Ja, hier könnten wir das kleinste, den kleinsten Shit hier noch rausrutschen. Das hat immer keinen Sinn. So, sechs weitere Ölpumpen. Kein Strom. Was? Wie kein Strom? Oh! Uff, äh, wupsi, schwupsi. Ja. Äh, 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 und Blitzschlag hat das gekillt. Ein Blitzschlag hat meine Stromleitung gefressen. Brauche ich da jetzt eine Polizei? Ja. 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 Dann gibt es eine Privatpolizei. Du hattest heute eine Stunde Stromausfall. Was hast du denn gemacht? Hast du einen Gaming-PC angeschlossen oder was? In der Studie ein Jahr ist fast rum. Die Attraktivität genug Studenten wären da. Aber, ähm, das Campus-Gelände ist nicht attraktiv genug. So, dann bauen wir weiter die Uni. Ah, fuck, ich hab natürlich kein Geld, ne? Ja. Ich hab Geld. so, dann brauchen wir hier einen Weg zu. Zack. Hier gibt's halt leider keinen Anschluss mit Weg oder so. Aber wir doch dann jetzt einfach mal einen hin. Leider gibt's ja auch keinen Anschluss daran. Der Strom war plötzlich wieder da. Ah, der Asphalt verbindet sich automatisch. Okay. Gut. Dann, äh, der Strom war plötzlich wieder da. Ist eine Sicherung rausgefahren, ja? Den Vibrator vielleicht ein bisschen zu hart eingestellt in jemandem deinem Haus. Geht das überhaupt? Kann man mit einem Vibrator die Sicherung rausballern? Ah, okay, also die Universität wird ziemlich groß. Genau, dann bauen wir hier die Sporthalle hin. Genau, das brauchen wir gar nicht mehr. Wir bräuchten halt, äh, war keine draußen. Strange. Vielleicht haben die irgendwas in den Leitungen verändert. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen, äh, können wir überhaupt mehr bauen? also ich glaube, durch die Studenten kriegen wir vielleicht neue, neue Studiensachen. Das Problem ist, es bringt halt jetzt nichts, noch mehr Gebäude zu bauen. Ja, die Studenten kann, äh, haben wir die Berufs schon gehabt, da hier schon? Nee, nee. nee, 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 die Cafeteria haben wir noch nicht gebaut. Kein Wunder, dass die nicht hier so gerne hergehen, wenn es keine Cafeteria gibt, ey. Oh, wow. Ja, das, das hat das Problem. Wir brauchen die Jobs eigentlich. Das Problem ist, dass halt niemand diese, diese Jobs benutzt, ne, das halt, ja, gut. Ich meine, ich kann halt weiter Dinge ausbauen, Öl, ne. Ich kann halt weiter Fettöl ausbauen, ne. Also, ich meine, das ist ja möglich. die Kleinen fördern mehr als die Großen. Was hat denn das für eine Logik? Okay, die drei da vorne fördern gar nichts. Was okay ist, ne, das muss jetzt nicht. Ich wollte nur den Bauplatz nützen. Okay, dann kehren wir die vorne da auch. What? Das ist mein paar Borte an. So, production. dann bauen wir die petrochemikalien fabrik am besten aber dann ja ich muss eigentlich gar nicht so eng zwei werke in 3d gedruckte gebäude der abschluss dieses projekt hat zu wort zu einem neuen projekt geführt größeren 3d drucker dieses quadratische toll wirklich theoretisch die praktisch schnell reise zwischen zwei weit voneinander entfernten orten fernreise tore kann ich die dann bauen die werden nur ausgestellt ach so moment wie die brauchen okay ich dachte so ne das ist nicht das neue dlc das neue dlc ist das was ich drüben im campus baue das ist das neue dlc mein freund alles was ich hier baue ist das industrie dlc das da voraus kam so gibt gummi anscheinend sie brauchen dann scheint also 6000 öl reicht halt nicht 6000 öl reicht halt nicht 30 fester öl produzieren wir vier tonnen viel fester an ernte vier an plastik wir müssen mal schauen wenn das jetzt drei draußen ein läuft raus läuft nur dass das läuft weniger verschmutzung das war ich ganz nicht das kann ich nicht eine richtlinie machen das ist ein bisschen weniger smog ich meine daneben ist seit kindergarten und so ne ich meine wenn die idee haben schon so ein komisches husten über die drei draußen träumen rummage über das ist das ist das ist die Okay. Hä? Wird das leer gepumpt? Oder liegt das an deren Einflussbereich? Wahrscheinlich liegt das an dem Einflussbereich. Also es kann halt sein, dass es endlich ist. Und ich pumpe hier direkt alles weg. Das kann gut sein. Wir sollten die auf jeden ein bisschen weiter voneinander wegstellen. Ein bisschen weiter ist ein bisschen untertrieben. Und vor allem auch ein bisschen weiter ins Feld reinstellen. Aber gut zu wissen, dass... Wir müssen die deutlich weiter wegstellen. Oder näher ran an das Ölgelände. So. Ja, das Ganze hier ist ein bisschen umweltverschmutzend. Aber hey. Ja, wirklich neue Arbeitsplätze. Ich meine, das ist doch okay. Ist gesunken, ne? Es kann ja gut sein, dass es endlich ist. Aber die Geschwindigkeit, wie schnell das endlich ist, ist halt enorm. Das wäre richtig crazy, wenn das so schnell geht. Dass das halt durch ist, ne? Wäre schon beängstigend. Ich meine, wofür hat man dann das überhaupt, wenn das so schnell endet? Ich meine, es ist halt okay, dass es halt irgendwie endlich ist, ne? Tupperwaren. Oh. Oh, wow. Das ist super groß. Da oben ist da noch ein großes Feld. Ich meine, Tupperwaren kann man hier hin bauen. Oh, nee, hier. Hier ist viel besser. Große Ölpumpen. Komm. Äh, ja. Ja, die Industrie macht hier einen Wandel durch, meine Freunde. Wenn das wirklich endlich ist und so, müssen wir mal gucken. So, dann nehmen wir jetzt... Ach, die Verspritzungsrate, das ist ja absurd. Das ist ja absurd. Aber macht keinen Sinn, das an den Rand zu platzieren. Schaut euch das an, das ist ja... Alter, das wird ja leer gepumpt, wie blöd. Das, das, das Ding ist ja nicht lange da. Ne? Die saugen das ja richtig raus. Das war doch nicht so klein, das Feld. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich lasse mir jetzt halt sechs Blöcke laufen. Ne? Wir lassen jetzt mal sechs Blöcke Öl laufen. Und dann gucken wir mal, wie genau das Ganze jetzt hier vorstanden geht. Tupperwaren. Also ich habe jetzt halt Landwirtschaftsprodukte. Und ich habe Plastik sowie Öl, Petroleum, ne? Plastik. Hier, Kleidungsfabrik kann ich in Stellen. Genau, dann müssten wir es von drüben importieren. Aber das wäre, das wäre eine Möglichkeit. So, wir müssten das dann hier reinlegen. Ich würde, Bruna würde mich aber killen. Weil wir bauen es dann lieber hier hin. Hier haben wir auch den Platz dazu. Ähm, ich würde sagen, dann brauchen wir hier aber ein Lager für Nutztiere und, äh, und Ding. Hm. Mhm. Müsste nur ein kleines Lager sein, ne? Aber das Problem ist, es ist halt nur für Pflanzen, ne? Müsste mal schauen, ob das nicht so funktioniert. Müsste nochmal gucken. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis das kommt, das Zeug. Solange die das nicht importieren. Das Problem ist, es muss halt von dort hinten hier rüber transportiert werden. Das dauert eine Weile. Und wir brauchen dringend ein weiteres Krematorium oder so. Okay. So, ich hab auch, äh, hier bräuchten wir weitere, brauchen wir echt so viele Krematorien? Okay. Okay. Schand. Und trotz, dass wir das eingespart haben, ne? Trotz, dass wir da Einsparung gemacht haben, ich denke, dass wir so viel, wir brauchen halt einfach so wenig an Hightech-Supergebäuden. Das ist mal das Komplett-Kilm. Und wir bauen dann hier nochmal neu auf und kein Hightech-Shirt. Dann schauen wir mal. So, Schule, wie sieht's da aus? Das hilft ja letztes Mal nicht so gut. Äh, 1100 Studenten. Okay. Wir haben 20.000 Ausgaben, aber nur wegen den, äh, den Werken, ne? Wir warten das Schuljahr noch ab und dann, äh, killen wir das, äh, killen wir das. So, dann brauchen wir Sporthalle haben wir, ne? Oh Gott, das ist ja viel zu groß. Was, Meister? Das ist doch viel zu groß, Leute. Wo soll ich denn das hinbauen? Was? Was ist? Was ist, Meister? Was ist das? Was ist, Meister? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist, Meister? Was ist das? Was ist, Meister? Không. Was ist, Meister? Was ist, Meister? So, da bauen wir einen Weg hier hin. So, dann hätten wir mittig noch ein bisschen Platz. Können wir da noch was reinquetschen? Das wäre cool, wenn das mit Wegen ginge und die sich dann, die beiden würden sich dann verbinden, sodass es eine Art Kreuzung gibt hier. Ja, leider nicht. Man kann das so machen, aber dann sieht man, das ist irgendwie schräg. Sind meine Straßen schräg? Nee, diese Dinger sind... Habe ich einen Knick in der Optik? Wahrscheinlich durch die Bäume. Perfekt, ich kann die Kreuzung hinbauen. Okay. Das ist ein Strich drin, das sieht man nicht so, wenn man nicht genau hinschaut. Okay. Boah, die Uni macht sich, ne? Die Uni macht sich. Also es muss halt jetzt hier so ein bisschen rauswachsen, ne? Und dann hättest du noch links Platz zum Wachsen, aber das brauchst du nicht. Also, das ist halt komplett verrückt. Wir haben jetzt Kapazitäten bis zum Gehtnichtmehr und noch viel weiter. Das gibt auch Kapazitäten. Das ist halt... Ich hab Platz für 3000 Studenten oder so. Sieht man leider nirgends, wie viel Kapazitäten... Doch, hier, 2750. 3000 war gar nicht mal so scheiße geschätzt. Okay, damit ist das Studium ja rum und wie unsere Reputation steigt. Repetition! Okay, das ist mit dem... Okay, ich hab unterschätzt. IT Club. Ich muss sagen, ich hab das natürlich ein bisschen unterschätzt. Okay, wir werden die Ausgaben beibehalten müssen, leider. Ich hab das ein bisschen unterschätzt. Also ich meine, wenn das... Wenn die Universität wirklich Vorteile hat, dass die Leute sich da ausbilden können... Und wir dadurch, äh, mehr, äh, die... Dadurch Gebäudeeffizienz steigern können und so weiter... Dann gerne, ähm... Her damit! Ich muss aber sagen, das ist so ein bisschen das lächerlichste Eddon, das man sich vorstellen kann. Nicht meine Schulen. Ist bei uns jetzt nicht so krass overhyped wie halt drüben, ne? Bei den Amerikanern. Das ist deswegen so ein bisschen so für uns so uninteressant, ne? Ich weiß doch nicht, wie ihr das seht. So, die Bibliothek. Und der IT-Club. Den bauen wir jetzt so ein bisschen hier in die Nische rein. Dann, ähm, sieht's so aus, als würde das ja alles hier noch dazugehören. Wobei das... Das Hausmeister-Reit-Ding gehört dann noch dazu. Ja, Millimeter, das ist, das ist, das ist, die ist gar nicht immer so. Alles muss Millimeter genau gemacht werden. Und dann gibt's diese Einrast-Funktion, da möchte man am liebsten einfach nur noch ausrasten. Weil's einrastet. Oh Gott, ey. Okay. 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 Okay, nice. Dann haben wir hier das Zeugs. Schön, schön. Wobei ich das lieber dann da in der Mitte haben wollen würde. Aber naja, schauen wir jetzt mal. Ich baue's jetzt einfach mal alles einmal. Ah, wir machen das hier so hin. Wieso gibt's links eine Baumreihe, aber rechts nicht? Oh Gott. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles gebaut, was sinnvoll ist. Weil was es halt gibt, neu, ne? Kann ich das erweitern? Nein. Okay. Wäre natürlich cool gewesen, wenn ich den Campus darum erweitern hätte können. So ein mega Unikomplex, ne? So viel Platz, ey. So... So... So, dann nehmen wir die doppelte Anzahl. Ich meine, wir gewinnen jetzt... Wir machen nicht Gewinn direkt, aber die Ölindustrie kickt jetzt natürlich rein, ne? So... 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 Oh, den Berufsschul-Lernsaal, den haben wir noch nicht, ne? Doch, den Lernsaal haben wir hier schon, okay. Okay, aber ich denke, es ist noch nicht so wichtig, dass wir die Attraktivität... Oh, oh. Naja, das ist halt, ne, das ist halt... Leider kommen noch nicht so viele Leute von, nicht so viele Studenten von außerhalb. Das sind dann die Studiengebühren? Ich kann die halt auch nicht runtersetzen. Oh, oh. Ich habe riesige Gebäude für niemanden. So, wir brauchen mehr Industrie. Wie läuft's denn hier? Ja, das, das dachte ich mir. Das geht wahnsinnig schnell leer. Das ist so ein kleiner, aber feiner Schub und das war's. Schaut euch das an, das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Das baust du einmal und dann musst du Zeugs importieren. Gut, wir importieren für 320. Später ein Taui und verkaufen das dann. Gut, okay, mein Gott. Und wenn das dann nur so geht, dann geht's dann nur so, wa? Hm. Kann ich kein, ähm, Haus machen? Kann ich kein, ähm, Haus machen? Und sagen, du lagerst Mehl und mehrere andere Sachen ein? Nein, ja. Es macht ja keinen Sinn, mehrere Lager, äh, so ein großes Lager auszubauen. Dann machst du so einen Güterhof und sagst, äh, wir brauchen Tierprodukte und du brauchst, äh, auch mal. Ah, abgegrenzte Produkte, ne, ah, okay. Landwirtschaftlich abgegrenzte Produkte. Funktioniert das? Funktioniert das? Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn wir quasi sagen, Tierprodukte? Ah, okay, also Tierprodukte kann ich holen damit, aber keine landwirtschaftlichen. Was soll das denn? Gut, da muss doch ne Scheune hin, wa? Lohnt sich der DLC für 13 Tacken? Hi Ice Cube! Ähm, boah. Ähm. Ich finde, sowas muss man sich halt selber, das muss man selber entscheiden. Ähm, interessiert sich das Thema? A. B, ähm, 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 interessiert sich das Thema? Brauchst du neuen Stoff für City Skylines? Ist halt so schwierig, ne? Ähm, ich kann sagen, was es halt beinhaltet. Es beinhaltet eben das Universitäts-Theme, ähm, neue Stadien, beziehungsweise benutzer-spezifische Stadien. Ähm, und, äh, ja, Verbesserungen für einzelne Sektoren. Wenn du Studenten hast, die dort sich ausbilden. Ne? Die Polizeiakademie erhöht zum Beispiel die Einsatzkräfte der Polizei. Sowohl gefängnistechnisch als auch die, für die Autos und so. Ruhig dann meine Polizei. Ja. Ne? Normalerweise sind es 25, glaube ich. Jetzt sind es 33. Und ich kann nur vermuten, einige Streifwagen mehr. Genau. Und, äh, ja. Ansonsten ein kleines, feines Feature. Ich denke, muss man jetzt nicht haben. Hm, also ich finde das jetzt nicht so, dass das, dass ich sage, okay, ne, sowas wie Industrie. Boah, ne, also wenn du das jetzt nicht hast, dann weiß ich auch nicht. Dann ergeht dir was. Es ist halt so, wie es klingt, ne, würde ich jetzt mal behaupten. Nicht so wichtig. Kannst du damit was anfangen? Kannst du damit was anfangen? Also die Bevölkerung wird besser und so weiter. Äh, finde ich schon gut. Nur schade, dass das nicht im Zell ist. Alles andere schon. Äh, das ist ganz neu. Also ganz, ganz neu. Also ganz, ganz neu. Das kam 23. Heute? Gestern. Gestern, glaube ich. 22.21. Dienstag. Dienstag kam es raus. Also ganz, ganz neu. Das ist so neu, es brennt. So. Neu ist das. Brand neun. Wird also schwierig, dass es in dir im, äh, im Sale ist. Wenn es halt super neu ist. Ja, ich sehe halt nicht den Sinn, wo wir einen zweiten, wieso sind wir einen zweiten Campus aufmachen sollten, wenn der erste Campus schon nicht so richtig besucht wird. Ne? Äh, okay, okay, okay. Wir haben es geschafft noch. Ein Taui. Studenten. Wir haben halt nicht so viele Studenten, ne? Wir haben nicht so viele Studenten, ne? So, und dann gibt es anscheinend auch noch Museen, renommiert und dann kann ich eine, kann ich eine Technologie, kann ich ein Technologiemuseum errichten, aha, sehr interessant, 120 weniger, aber die Attraktivität ist geschehen und zwei Werke haben wir bekommen, automatisierte Besucherzähler, Pflanzenbewässerung, ein Sportpreis haben wir gewonnen, geil! Da hat sich das doch gelohnt, sehr gut, dadurch ist die Campusattraktivität gestiegen, eine auf Lebenszeit, das hat bestimmt gekostet, diese Trophäe, einen abgebrochenen, äh, abgebrochenen, warum? So, naja, damit, mit dem Schandfleck der Stadt müssen wir noch ein bisschen was machen, war? Okay, mit dem Verkehr, muss ich sagen, bin ich einigermaßen zufrieden, ne? Hier, die fahren hier raus, die fahren da drauf, ne? Also, die, vor allem die Dudes hier, fahren dann auf die Autobahn, um nach Hause zu fahren. Auffahrt ist wenig Wind sinnvoll, aber wenn die Stadt erweitert wird, Richtung nach unten hin, dann ist die Auffahrt natürlich schon sinnvoll, ne? Weil dann die Leute hier von unten nach oben einkaufen gehen, oder die Leute von oben nach unten einkaufen gehen, weil es dann einen speziellen Laden gibt, die zum Beispiel Vanillakoladosen haben, und, äh, dann macht das schon Sinn. So, dann wird das alles erweitert, ja, Öl ist jetzt leer, äh, das ging ja wahnsinnig schnell, ein Jahr hat das gedauert oder so, und das Öl ist weg gewesen, und ich hab die ganze Scheiße hier ein, einbetoniert. Okay. Ah, das Tierprodukte nutzt die Pflanze? Also, ich hab extra... So, wir werden dann jetzt, hat... Gut, ich meine, ich kann noch weiter Öl pumpen gehen, ne? Wir haben noch, wir haben noch hier Öl. Ist das Smog durch die Dingo, oder ist es einfach gerade neblig? So, ich muss hier ein bisschen planieren. So, damit lutschen wir natürlich, das Öl fällt auch aus. So, genau. Strom. Strom. Da klatschen wir jetzt noch das letzte Geothermie-Kraftwerk hin, weil es so stylisch ist hier. Na, okay. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das gibt aber halt hier und da natürlich immer, immer Probleme. Okay, sehr interessant, das mit dem Öl. Also, ich hätte nicht erwartet, dass das so schnell weg ist. Das haben sie gepatcht oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Schön wäre es, wenn das natürlich irgendwie sinnvoll wäre oder so. Also, dass, ja, dass das halt so unnötig ist, hätte ich nicht erwartet. Aber das funktioniert, das funktioniert kaum, ne? Also, ich habe extra hier ein Lager gebaut und irgendwie... Hmm. 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 Das funktioniert halt hier Null. Jetzt tun wir mal schon, dass wir das alles rüberziehen und dann importieren. Okay. Okay, die haben das super schnell weg gefördert, das ist natürlich alles andere als geil. Wie soll man das dann richtig verarbeiten, wenn ich das dann ab eines Jahreswerk pumpen? Den Shit. Dann halbieren wir wieder die Hälfte. Da wird die Hälfte normal Bürogebäude, weil das ist halt, die produzieren irgendwas, die IT-Dudes, ne? Ähm, was auch immer die da produzieren. Genau, ich habe mich momentan noch Null um Verkehr gekümmert, also gar keinen Verkehr. Altöl-Raffinerie, ja. Wäre cool, wenn man irgendwie biologisch Öl herstellen könnte. Mit Pflanzen halt, ne? Also im Spiel. Real life wird schwierig synthetisches Öl herzustellen. Genug zum produzieren. Oder Jobs schaffen. Nein. Oder Jobs schaffen. So, dann erweitern wir weiter unser IT-Business. Wichtig wird halt dann, dass wir auch noch, äh, Ding bauen. Verkehr und sowas. Dass die IT-Jungs, dass die Verkehr kriegen, ne? Mmmh. Altöl. Aufbereitung. 8.000 pro Woche. Wäre irgendwie cool gewesen, wenn das ginge. Wäre irgendwie cool gewesen. Altöl-Raffinerie bedeutet halt auch nur, dass wir quasi mehr verarbeiten. Man, die kommen jetzt schon nicht hinterher, das Zeug zu verarbeiten. Aber nicht hinterher ist das falsch, sie verarbeiten das nicht, weil ich nicht genug Abbaugebiete habe. Hi Arak! Ah! So, dann sollten dort weitere Ölpumpen hinpassen und das letzte Ölfeld noch zu killen, das hier existiert. Damit schneiden wir nur das Ölfeld an. Genau, hier. Da geht die Party ab. So, dann brauchen wir das Tool, um es gerade zu machen. Also einigermaßen gerade, sodass da die Industrie hinpasst. Theoretisch. Wir brauchen nur ein bisschen Platz, es muss halt nur einmal rausgepumpt werden, der Shit. dann wird der Rest nur noch über Importe hergestellt. Importieren wir Öl und wird weiterverarbeitet. Okay. Wir kaufen 40 Fässer. Warum? So. Ballert das alles da rein. Wir haben mehr als genug Leute, die Arbeit brauchen. Mehr als genug. Ballert das alles da rein. So, wir brauchen Wasser. Es regnet. Meine Güte. Stellt euch doch nicht an. Kippau! Flaschen auf. Rein damit mit dem Wasser. Das passt schon. Glaubt's mal. Das passt schon. Haben wir nichts, das den Boden auffrischt? Wir haben den Müllsammler, um den Kackestreifen zu entfernen. Aber dann nichts. Erdöl-Raffinerie. Metall-Spezialgüter. Wenn ich das jetzt baue, das sieht ja cool aus. Das Ding ist ja riesig. Liegt die Stadt in der Nähe von London? Wieso fliegst du? Ich meine, er wird das den Shit importieren. Das wäre jetzt aber nicht tragisch. Den Rest stellen wir ja hier her. Also wegen dem Regen hast du. Ja, es regnet ein bisschen. Das passt schon. Okay. Das ist schön. Ja, das stimmt. ich war in Deutschland. Wirkliche. Ja, das stimmt. Wirkliche. gönn dir auf welcher schwierigkeit auf welchen schwierigkeitsgrad spielst du im ok meine freunde ich denke wir werden heute jetzt schon schlussmann ich weiß ich weiß ich weiß warum war schon so früh schluss ich wiese schwein ok ok krass das ist ja crazy ok 220 prozent spiele ich aber tatsächlich auch der sechste siebte speicherstand warum nein bauen 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 ich bin super müde es tut mir leid ich möchte auch ein bisschen ich möchte jetzt auch ein bisschen kochen dass meine frau nicht machen muss und dann ihr mit ihr einfach noch ein bisschen chillen und mein morgen ist auch noch ein tag ich habe super viele fünf millionen fünf millionen videos gönnt euch gönnt euch denke ich war heute mal frühschluss wird morgen ausgeschlafen wir starten morgen um neun so wie es eigentlich vorhatte das ist hier chaos ich verarbeitet ihr auch alles alles ne das war war nicht smart also wie wir es jetzt gebaut haben was jetzt mal richtig smart i think wir müssen dann mal schauen wenn wir wenn es dann soweit ist wenn wir unsere stadt hat stark erweitern naja was dann passiert aber ich meine wir sind jetzt eh nicht groß und wir haben nicht solche verkehrsprops einfach weil das industriegebiet viel kleiner unsere produkte werden nicht verkauft muss man dazu sagen aber wir haben ein paar richtig interessante sachen die wir noch machen möchten sollten ich denke wir werden morgen an der stelle dann weitermachen ich habe bock wir spielen auf jeden tonne auf jeden fall da müssen wir schauen dass wir dann halt in der früh irgendwie so ein bisschen so sidys gallons reinballern und dann so mittag nach mittag den zwischen müssen wir schauen müssen versuchen wir das muttern mal gucken naministraten in diesem sinne dalmas bis dann 09 09